Stream. Läuft. Aufnahme. Läuft auch. Der Chat. Der Chat, der ist online, aber niemand da. Ganz alleine dort. Können wir mal ausprobieren, wenn wir jetzt keinen Labstream mehr machen, ob sich dann irgendjemand beschwert. Oder ob sie dann sagen, ist auch egal. Ich hab hier meinen Tee. Tee und Kaffee. Alles bereit. Ja, ich hab hier ein Glas Wasser. Weil so später am Abend Koffein hab ich gemerkt, das ist doch nicht mehr so ganz so förderlich. Ja, das stimmt. Und, wie ist das Wetter in Neuseeland? Das Wetter in Neuseeland ist extrem windig. Wir haben ein Liftoff. Countdown-Podcast, Folge 50, Jubiläumsfolge. Ich begrüße bei mir den Frank. Hallo, Frank. Hallo, Christopher. Und ich sag es nochmal, eine Jubiläumsfolge ist das nicht. Das ist ja keine glatte Zahl. Ich meine, die 64, das ist eine glatte Zahl. Du musst mir nochmal erklären, nach welcher Rechnung das eine glatte Zahl ist. Äh, Binärsystem. Ach so, ja. Ich dachte schon. Das ist die, das ist die 1, 0, 0, 0, 0, 0. Okay. Na gut, dann hatten wir aber schon ein paar Jubiläen, weil Folge 2, Folge... Ja, im Binärsystem hat man am Anfang sehr viele Jubiläen. Ja, sehr schön. Jetzt müssen wir trotzdem auf den Ablaufplan schauen, genau. Feedback. Wir hatten ein bisschen Feedback für die letzte Folge. Genau genommen ein Feedback. Nämlich vom lieben Kompott, der ja doch immer sehr häufig bei uns noch Korrekturen einreicht. Ähm, und wir hatten ja letztes Mal darüber geredet, äh, über das, ähm, X-37B, was ja vor zwei Wochen gelandet war. Und, ähm, wir hatten ja so drüber gesprochen, das sieht ja so ein bisschen aus wie so ein kleines Space Shuttle. Ähm, und er meinte, dass das dann, also der Kompott meinte, dass es dann auch dafür designt, äh, am Anfang designt wurde, dass das aus dem Space Shuttle heraus gestartet werden kann. Ähm, also... Was wohl auch tatsächlich so ist. Ja, also der Wikipedia wird das so erwähnt, ich hab mal die Quelle nachgeschaut, da kann man jetzt, die Quelle, wo die Wikipedia daraus zitiert, kann man nicht online nachschauen. Das ist so ein Buch über die Geschichte von Boeing. Ähm, aber es scheint, äh, also ich, ich finde das jetzt nicht unlogisch. Ich mein, wenn sie erst mal das designt und das... Von der, was? Von der Größe her passt es auf jeden Fall. Genau, also die Militär... Und auch von der Aufgabe her. Genau, also der Space Shuttle hatte ja dann auch, im Zweifelsfall hätte das auch militärisch genutzt werden können. Und, äh... Ja, also was damit gemacht wird, zumindest das, was öffentlich gemacht wird, äh, es sind ja sowas wie, äh, Langzeittests von Ionentriebwerken und sowas in der Art. Genau. Und, äh, ja, das hätte man mit dem Space Shuttle nicht machen können, weil maximale Emissionsdauer für Space Shuttle ist sowas um die zwei Wochen. Mhm. Vielleicht ein bisschen mehr, aber nicht viel. Äh, Stromversorgung. Oh, okay. Stromversorgung, äh, Space Shuttle hat keine, äh, äh, keine Solarzellen. Nee, aber kann man nicht welche dran bauen? Ja, hätte man machen können, hat man aber nicht gemacht. Und, äh, man hat halt gesagt, okay, äh, das Ding ist sowieso bloß dazu da, um, äh, irgendwie eine Raumstation aufzubauen und zu beliefern. Mhm. Also, ähm, hat man gesagt, okay, Stromversorgung macht man mit Brennstoffzellen und fertig ist. Und, äh, hat dann sicherlich auch den ganzen Rest darauf ausgelegt. Ja. Und dann blieb's halt bei einer sehr kurzen, äh, Missionsdauer. Und, ja, also, wenn du längere Zeit da irgendwas, irgendwie was machen wolltest, dann brauchtest du irgendwie einen, einen Instrumententräger. Und, äh, wahrscheinlich war das dafür gedacht. Und wir haben's ja gesehen, also, äh, kann man eben so ein, zwei Jahre da oben bleiben und wieder zurückkommen. Ja. Was ja ganz praktisch ist. Ja, nee, das ist durchaus, äh, nicht, nicht, äh, ungünstig. Ähm, ja, es wird ja auch, war ja auch angekündigt, dass es jetzt nochmal, also weitere Missionen geplant sind. Ähm, es hat alles super, super geheim und, äh, super, äh, ja, geheim, hatte ich schon gesagt. Ja. Äh, ist eventuell sogar geheim. Genau. Also, dann kommen wir jetzt zu unserem ersten Thema. Und, äh, wir hatten ja letzte Folge, oder, Frank, du hattest letzte Folge über, ähm, nukleare, ja, äh, Projekte in der Raumfahrt gesprochen, also, um genau zu sein, RTGs und wie die bei Sonden im Deep Space genutzt werden. Und, äh, du hattest jetzt überlegt, jetzt, äh, nochmal einen zweiten Teil dazu zu machen über alle nuklearen Projekte, die, äh, nicht umgesetzt wurden, aber geplant waren und auch ganz interessant sind. Und da, äh, binden wir quasi von der letzten Folge das an. Und du möchtest nochmal am Anfang über den Kiwi TNT-Test reden. Genau. Ähm, ich hatte jetzt so 50-50, äh, mir überlegt, also entweder mach ich das oder ich mach gleich die Photovoltaik, äh, und hab mich dann dafür entschieden, jetzt hab ich einmal damit angefangen mit den, äh, Kernreaktoren und jetzt mach ich das erstmal noch zu Ende und die Photovoltaik kommt dann in der nächsten Ausgabe, äh, ist sogar schon in der Planung drin. Das steht festgeschrieben, das ist bei uns fast so wie in Stein gemeißelt, also wer darauf wartet, es kommt. Genau. Also noch, noch fester kann man das bei uns nicht machen, weil, ähm, irgendwie in Stein meißeln, das, das bringt bei uns nicht so viel. Da müssen wir uns, da müssen wir uns vor der Sendung erst die Steintafeln hin und her schicken, das wird schwierig. Also, ähm, ja, das, äh, Das Projekt, also es, es gab, äh, ein Projekt schon in den 1950er Jahren, da hat man dann angefangen, ähm, irgendwie einen Reaktor zu bauen, mit dem man ein Raketentriebwerk betreiben kann. Was ist jetzt, ähm, ähm, äh, der, der Hintergrund des Ganzen, ähm, und ich hoffe, wir hatten uns darüber noch nicht schon mal irgendwann in einer Ausgabe unterhalten, aber ich, ich kann es nicht mehr sagen, äh, wir haben jetzt auch angefangen, ein Archiv, mehr oder, also irgendwie mal die Themen für uns aufzuschreiben, die wir jetzt, äh, besprechen, damit wir das in Zukunft, äh, ja, damit wir uns nicht wiederholen, nicht allzu oft zumindest. Sollten wir das schon mal getan haben, äh, dann Entschuldigung, dass wir uns hier wiederholen. Ähm, ja, also, Sinn und Zweck von einem Raketentriebwerk ist es ja, äh, einfach bloß irgendwie Masse hinten rauszuschmeißen und das möglichst schnell. Ähm, wenn man ein Raketentriebwerk baut, dann macht man das, indem man, äh, ja, einen chemischen Treibstoff nimmt und den verbrennt. Äh, entweder, weil es eine chemische Verbindung ist, die instabil ist und zersetzt werden kann, sodass Energie frei wird, dann heizt sich das Ganze auf, äh, Druck steigt und, äh, den hohen, mit dem hohen Druck kann man das Ganze dann einfach durch eine Düse hinten rausschmeißen und kriegt dann einen gewissen Schub raus. Ähm, ist natürlich begrenzt dann durch die Energie, die durch den Zerfall von dem Stoff gerade frei wird. Wenn man das Ganze jetzt wie mit einem herkömmlichen, äh, ja, Raketentriebwerk macht, dass man sagt, okay, wir haben hier einen Oxidator und einen normalen, äh, ja, normalen Treibstoff, kann man das miteinander verbrennen. Das bringt dann schon ein bisschen mehr, aber auch nicht so viel mehr. Ähm, wir wissen es ja so, die Größenordnungen bewegen sich zwischen, ich sag mal, zwei Kilometer pro Sekunde und fünf Kilometer pro Sekunde, äh, Betonung auf dazwischen. Und ja, wenn man mehr haben will als das, braucht man irgendwo eine bessere Idee, denn man ist halt immer wieder, äh, angewiesen auf die Energie, die bei chemischen Reaktionen frei wird. Und, äh, das hat halt seine Grenzen. Äh, man kann jetzt noch ein bisschen rumlamentieren und sich überlegen, naja, vielleicht kann ich ein bisschen mehr rausholen, indem ich nicht sage, okay, wir verbrennen es jetzt nicht mit Sauerstoff, sondern mit Fluor. Und wir verbrennen nicht nur, äh, Wasserstoff als Energiequelle, sondern auch noch ein bisschen Lithium dazu. Dann kommt man auch mal auf sowas wie sechs Kilometer pro Sekunde. Aber dann hat es sich langsam wirklich, äh, mit der Kunst gehabt. Und, äh, ja, dann braucht man halt einfach eine ganz andere Energiequelle, wenn man mehr als das haben will. Ähm, natürlich gibt es die Möglichkeit, äh, man nimmt Sonnenlicht und, äh, haltet man, man heizt damit irgendwas auf oder man nimmt Strom über Solarzellen und heizt damit irgendwas auf, was ja die Chinesen bei so kleinen Satelliten jetzt vor kurzem gemacht haben. Und wir hatten uns mit Sicherheit auch schon mal über Arcjet-Triebwerke und diverse andere elektrische Dinge unterhalten. Aber man kann das Ganze natürlich auch mit einem Kernreaktor machen. Und wenn man in den 1950er Jahren ist, dann hat man da überhaupt keine Probleme damit zu sagen, hey, wir bauen einen Kernreaktor und machen das damit. Weil, äh, mit einem Kernreaktor hat man in den 50er Jahren so ziemlich jedes Problem lösen wollen. Und teilweise auch gelöst. Mehr oder weniger. Ähm, liegt also nah. Wir wollen ein Raumschiff betreiben, nach Möglichkeit bis zum Mars kommen, möglichst wenig Treibstoff dabei verbrauchen. Also bauen wir einen Kernreaktor als Energiequelle und heizen damit Gas auf. Was für ein Gas nimmt man da? Es gibt nur ein Gas, bei dem sich das lohnt. Äh, und dieses Gas ist Wasserstoff. Wasserstoff ist so ziemlich das leichteste Gas, was es gibt. Ähm, und, äh, worum es jetzt geht, ist praktisch, man heizt dieses Gas auf. Und zwar soweit, wie es geht, mit dem Kernreaktor. So ein Kernreaktor, und, äh, da hat man dann spezielle Kernreaktoren gebaut, die besonders hohe Temperaturen aushalten können, können nur eine begrenzte Temperatur aushalten. Also viel mehr als so reichlich 2000 Grad irgendwo in der Gegend ist dann echt Schluss. Ähm, weil einfach das Material mit der Zeit in die Brüche geht. Und, äh, ja, praktisch, äh, hat man dann die Temperatur schon vorgegeben und muss sich dann überlegen, wie schnell wird das Gas, wenn es eine vorgegebene Temperatur hat? Und, ähm, ja, damit hat sich das fast schon erledigt und weil das leichteste Gas hat die höchste Geschwindigkeit, weil, ähm, die Temperatur sagt einem, wie hoch die, wie viel Energie jedes Teilchen im Gas hat. Und, äh, die Energie von jedem Teilchen im Gas, äh, beschreibt praktisch, äh, also ist halt, kennt man ja, e gleich, äh, m halbe V Quadrat. Die kinetische Energie ist in dem Fall wirklich beschrieben durch die, äh, durch die Temperatur. Und, äh, wenn man das damit überschlägt, stellt man ganz schnell fest, okay, umso kleiner m ist, umso höher ist V. Demzufolge sollte man das leichteste Gas nehmen, das man finden kann, und das ist Wasserstoff. Kleines bisschen komplizierter ist es noch, äh, weil die Formel gilt im Prinzip nur für Helium, äh, oder andere Edelgase, weil die halt keine Moleküle bilden. Wenn man sowas hat wie Wasserstoff, was halt ein Molekül ist, dann hat man, äh, ein ausgedehntes Etwas, und das kann dann rotieren, und die Rotation nimmt dann nochmal ein bisschen Energie auf, und so weiter, und so weiter. Ähm, aber das ist nicht so viel, dass Wasserstoff jetzt nicht trotzdem, äh, das beste Gas für den Zweck wäre. Außerdem hat man bei Helium das kleine Problem, dass man das, äh, nur sehr, sehr, sehr schwer flüssig kriegt, noch viel schwerer als Wasserstoff, und das Ganze kaum, äh, ja, äh, kaum irgendwie lagern kann in größeren Tanks, in größeren Mengen, äh, ohne sehr viel Gewicht für irgendwelche Druckflaschen oder so, äh, einplanen zu müssen. Also, Plan ist, wir bauen einen kleinen Kernreaktor. Kleiner Kernreaktor, möglichst hohe Temperatur, möglichst hohe Leistung, und, äh, das schöne Projekt dazu heißt Nuclear Engine for Rocket Vehicle Application, kurz NERVA, und, äh, im Rahmen von dem Projekt hat man dann, äh, diverse, äh, diverse Kernreaktoren entwickelt. Ähm, bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, ob das von Anfang an NERVA hieß, aber, äh, ja. Jedenfalls, die Forschung begann dann in den 50er Jahren, und da hat man dann, ja, sehr kleine Reaktoren gebaut, ähm, Kernreaktoren müssen nicht sonderlich groß werden, ähm, der erste Kernreaktor, mit dem man mal Strom erzeugt hatte, hatte so vom Reaktorkern her die Größe von einem Papierkorb, so grob gesagt, also den, den hätte man wirklich so in einen Eimer reinstellen können. Ähm, ist alles bloß eine Frage der Anreicherung von dem, äh, von dem Material, äh, wenn man sich so vorstellt, äh, eine Atombombe hat so eine, hat so ein, hm, äh, eine Atombombe hat so einen Kern, der Größenordnungen hat, von irgendwie einer Grapefruit oder sowas, und im Prinzip kann man so einen Atombombenkern auch umbauen zu einem Kernreaktor, wenn man das denn unbedingt möchte. Äh, also, die, die notwendige Größe für einen Kernreaktor ist wirklich sehr, sehr klein. Viel wichtiger ist in dem Fall die Frage, was für ein Material das ist, und da hat man dann, äh, keramische Materialien gefunden, die relativ hohe Temperaturen aushalten, ohne gleich zu schmelzen, weil, wenn man jetzt, ähm, sowas nehmen würde, wie Plutonium oder so, äh, dann würde das schon bei, ich glaube, unterhalb von 1000 Grad, äh, anfangen zu schmelzen, und, äh, mit einfach nur geschmolzenem Plutonium fällt es etwas schwierig, das Gas, äh, ja, aufzuheizen, weil was man gerne haben möchte, ist so, ähm, ja, ein gefüllter Bereich, in dem entweder Platten oder Kugeln oder irgend sowas ist, das eine große Oberfläche hat, durch das dieses Gas durchgepumpt werden kann, und möglichst viel Kontakt mit dieser, mit der heißen Oberfläche von den, ähm, ja, also Brennstäbe sind es in dem Fall halt nicht, also mit dem, äh, mit dem Material innerhalb von dem Kernreaktor hat, äh, damit das Ganze möglichst schnell, möglichst leicht aufgeheizt werden kann. Und, ähm, ja, das ist halt praktisch der ganze Trick, ne, also du hast halt etwas, das, äh, sehr heiß ist und, äh, pumptst dort, äh, das sehr kalte, den sehr kalten Wasserstoff durch, und wenn er rauskommt, ist er heiß, ähm, erreicht dann irgendwas um die 2000 Grad, und das reicht immerhin aus, um, äh, Größenordnungen von, äh, 8 Kilometer pro Sekunde, äh, Geschwindigkeit am Ausgang der Düse zu haben. Es ist keine gute Idee, mit so etwas von der Erde starten zu wollen. Aus diversen Gründen, äh, erstens die, der, der Brennkammerdruck ist nicht überragend, ich hab jetzt keine Werte im Kopf, ähm, steht's hier irgendwo, nein, steht nirgendwo, ähm, überragend ist es nicht, äh, also, ähm, äh, äh, auf Meeresniveau haben die ganzen, haben die einen, äh, ISP, also, äh, spezifischen Impuls von 380 Sekunden, also letzten Endes ähnlich viel wie ein klassisches, äh, ein klassisches Raketentriebwerk, aber im Vakuum, ähm, hätte die fertige, das fertige Raketentriebwerk dann ISP von 850 Sekunden gehabt. Und 850 Sekunden, das ist, äh, fast doppelt so viel wie das, was man normalerweise mit einem, äh, Wasserstofftriebwerk erreicht hätte. Und wir dürfen nicht vergessen, das Ganze ist in den 60er Jahren gewesen, äh, Stand der Technik war damals sowas wie das J2-Triebwerk, was man in der Saturnrakete benutzt hat, und, äh, das war noch nicht ganz so gut wie die, äh, heutigen, äh, Wasserstofftriebwerke. Und, äh, ja, ist halt wirklich praktisch doppelt so gut. Man braucht nur halb so viel, ähm, nur halb so viel Treibstoff für den gleichen Schub oder, äh, erreicht mit der gleichen Aufteilung von Treibstoff und Masse die doppelte Geschwindigkeit, je nachdem, wie man das Ganze sehen möchte. Und, ähm, gedacht war das Ganze dann, um irgendwann ein Raumschiff zu bauen, mit dem man zu Mars fliegen kann. Ähm, ähm, ist es keine gute Idee, außerdem von der Erde starten zu wollen, weil, naja, so ein Kernreaktor ist, wenn der fertig gebaut ist, nicht wirklich radioaktiv. Radioaktiv, ernsthaft radioaktiv wird der erst im laufenden Betrieb. Soll heißen, ähm, wenn man jetzt, äh, den Reaktor gebaut hat, kurz getestet hat, ob alles läuft, ob der sich so verhält, wie man sich das gedacht hat, ähm, dann ist er noch nicht wesentlich radioaktiv. Wenn man dann anfängt, den zu starten, äh, für den Einsatz dann im Weltraum, ähm, und es kommt zum Unfall, da passiert noch nicht allzu viel. Ähm, vorausgesetzt, äh, dass es nicht irgendwo zu einer Kettenreaktion kommt. Ähm, aber wie gesagt, da passiert erstmal noch nicht allzu viel. Äh, also, wenn man dann, wenn man den startet und vom Weltraum aus und hoffentlich, äh, von einem Punkt, wo es dann egal, wo er dann mindestens schon mal im Weltraum bleibt und nicht zur Erde zurückkommt, wenn man da anfängt, äh, den zu starten, dann kann man zumindest sagen, okay, es ist halbwegs verantwortungsvoll oder, ja, also, man kann es zumindest verantworten, den dort, äh, zu starten und das, äh, das Raketentriebwerk an dieser Stelle zu benutzen. Also, das ist nicht so, das ist nicht ganz blöd. Ähm, man hat dann halt nur einen Reaktor, der immer so im Laufe der Zeit halt immer radioaktiver wird, also weil sich halt, ähm, die Spaltprodukte von der Kettenreaktion anreichern. Ähm, das hat erstens das Problem, dass, äh, also, was heißt Problem? Also, ähm, das ist das, was man in jedem Kernreaktor hat. Irgendwann, äh, funktioniert er nicht mehr, weil halt zu viele Spaltprodukte drin sind, die zu viele Neutronen wegschnappen und irgendwann kommt dann keine Kettenreaktion mehr zustande. Ähm, anderes Problem, das man sich überlegen sollte, ist, wie kommt man zur Erde zurück, ohne dass man den Kernreaktor in die Nähe der Erde bringt und eventuell Gefahr läuft, dass der, äh, direkt auf die Erde draufstürzt. Ähm, aber ich weiß nicht, äh, ich glaube, soweit ist man in der Planung nicht gekommen. Ähm, denn man hat zwar diverse Testreaktoren gebaut und man hat die auch, äh, als Kernreaktor, äh, nicht nur als Kernreaktor, sondern auch als, äh, Raketentriebwerk gebaut, also, ähm, mit Teststand in allem. Also man hat, man ist soweit gekommen, dass man als nächsten Schritt dann wirklich das eigentliche Raketentriebwerk gebaut hätte. Ähm, also, äh, das Problem beim letzten, bei der letzten Version, die man hatte, glaube ich, war, äh, äh, dass das Gewicht noch etwas zu groß war, dass man einfach noch nicht die Komponenten auf, äh, möglichst leichtes Gewicht optimiert hatte und, äh, ja, praktisch halt erst mal sicher gehen wollte, dass alles soweit funktioniert. Aber man hatte schon die Raketendüse hinten drin gehabt, man hatte die Pumpen gehabt, jada, jada, halt, äh, alles, was man gebraucht hat, nur noch nicht, äh, auf den, äh, ja, auf den Flugbetrieb, ähm, optimiert. Ja, ähm, und man hätte dann in einer Raketenstufe gebaut, äh, die ein Leergewicht von ungefähr 34 Tonnen gehabt hätte. Also so ein Kernreaktor ist jetzt nicht übermäßig schwer, wie gesagt, ähm, wenn er leicht gebaut ist. Äh, der größte Teil von dem Gewicht dürfte gewesen sein der Tank. Ähm, ähm, denn, äh, Wasserstoff als Treibstoff, hat ein ernsthaftes Problem, äh, wiegt so gut wie nix. Ähm, ein Liter, äh, flüssiger Wasserstoff wiegt 70 Gramm. Äh, und, äh, man hatte hier mal eben sowas wie, äh, 140 Tonnen an flüssigem Wasserstoff dabei. Oder wollte es dabei haben. Und, ähm, anders als bei einer normalen Rakete, die, von der wir sagen würden, äh, hat einen Wasserstoffantrieb, ist das halt wirklich Wasserstoff, nur Wasserstoff. Ähm, 140 Tonnen Treibstoff, das entspricht so fast der Größenordnung, ist ein kleines bisschen weniger, als was die Ariane 5 zum Beispiel in der Kernstufe drin hat. Aber, ähm, die Ariane 5, die fliegt nicht mit Wasserstoff, sondern mit Wasserstoff und Sauerstoff. Und zwar im Verhältnis 1 zu 5. Äh, wohlgemerkt, ähm, auf, äh, äh, ne, plötz und umgekehrt, 5 zu 1, ne? Ähm, auf 5 Tonnen Wasserstoff, äh, auf 5 Tonnen Sauerstoff kommt eine Tonne Wasserstoff. So heißen, der größte Teil von dem Gewicht, äh, was man im normalen Wasserstoff, äh, Antrieb mitnimmt, ist nicht Wasserstoff, sondern Sauerstoff. Und, äh, entsprechend wird das Ganze sehr viel kompakter, als was es wäre, wenn das wirklich alles nur Wasserstoff wird. Also, die Größenordnungen dürften dann ungefähr, äh, in dem Bereich liegen, ja, der Wasserstofftank vom Space Shuttle wäre das gewesen. Ähm, nur dass, äh, das Space Shuttle halt, äh, Wasserstoff und Sauerstoff zusammen, äh, ungefähr 1.000 Tonnen mitgenommen hat. Also, wäre alles sehr, sehr groß geworden. Kann man sich dann auch überlegen, äh, der externe Tank vom Space Shuttle wog sowas wie 26 Tonnen. Kann man sich dann überlegen, äh, äh, wie viel dann noch für den Kernreaktor übrig bleibt und den, und den Rest von dem Triebwerk. Also, äh, eine sehr leichtgewichtige Sache eigentlich. Würde man jetzt so spontan, wenn man sich so überlegt, wie ein Kernreaktor normalerweise aussieht, äh, wahrscheinlich nicht erwarten. Ähm, liegt natürlich auch daran, dass man sagt, okay, das Ding ist da hinten dran, äh, wir pumpen einfach bloß, äh, flüssigen Wasserstoff dadurch, ähm, läuft auch nicht sehr lang, kann sehr hohe Temperaturen erreichen. Und, äh, das hilft tatsächlich bei der Kühlung. Also, umso höher die Temperatur, umso leichter wird die, wird man die Energie und die, äh, die Wärme aus dem Kernreaktor wieder los. Ähm, das heißt, man konnte den Kernreaktor starten, ähm, und, äh, wenn der Wasserstoff, oder wenn man dann sagt, okay, äh, ja, jetzt ist Schluss, wir, wir haben erreicht, was wir, was wir erreichen wollten, äh, oder, ja, wir haben keinen Treibstoff mehr, äh, dann konnte man den Reaktor tatsächlich ausschalten und dann einfach so belassen und den Rest dann halt durch radio, durch radiative Kühlung, äh, einfach, äh, ja, kühlen. So heißen Wärmestrahlung. Das geht aber wirklich bloß, äh, in, in solchen Reaktoren, die auf sehr hohe Temperaturen ausgelegt sind, wobei man bei der Entwicklung ernsthafte Probleme hatte, äh, das Ganze hat man irgendwo draußen in der Wüste, also, äh, Wüste, was die, was die Amerikaner halt so Wüste nennen, ne? Wieso? Äh, was, was ist der Unterschied zu deiner Wüste? Äh, Halbwüste. Also, zu heißen, das ist nicht sowas wie die Sahara oder so, sondern, äh, ja, wie man sich halt so, äh, das Outback von Australien oder so vorstellt, also so, äh, äh, ja, halt, ne, Steppengräse und so. Hm, okay, also keine, keine Sanddünen. Ja, also, der, der wilde Westen wird auch, wurde auch gerne mal so als die, äh, Great American Desert bezeichnet. Also, ja, wenn man sich so die, die Bilder von, äh, diversen Testgebieten, wo die Amerikaner ihre Kernkraftwerke und Kernreaktoren getestet haben und, oder auch halt ihre Atombomben, äh, ich meine, guck dir das an, also, da, da ist durchaus ringsrum Gras. Ja, aber, ähm, gut, äh. Ist trocken, das ist trotzdem sehr, sehr trocken. Ich hab bei der Wikipedia nachgeschaut. Hm. Was du jetzt als Wüste bezeichnet hast, ist ja eine Sandwüste. Ja. Dann gibt es noch Kieswüsten, Steinwüsten, Felswüsten, Salzwüsten und Eiswüsten. Ja, ähm, also, genau genommen waren das die Jackass Flats. Ähm, warte mal, finde ich jetzt ein gutes Bild davon. Ich finde kein gutes Bild davon. Ähm, muss mal gucken. Maps, Google. Dummdi-dum. Jackass Flats. Jackass Flats. Gut, der Wikipedia-Artikel ist auch nicht mega lang. Nee, nicht so richtig, ne? Äh. Aber steht, it was the test site of the nuclear-powered rocket engine project Rover and Nerva. Genau. Ähm. Victoria, nee, nicht Australien, bitte. Äh, hier, da. Jackass Flats Roads. Jackass Flats Roads. Naja, ich hoffe mal, das ist es. Aber, ähm, ja. Also, kann man sich angucken auf Google Maps und, also, da wächst definitiv Gras. Wische. Und, äh, ja, halt, Tumbleweed sicherlich auch. Äh, hab ich das vor kurzem gelernt, dass Tumbleweed gar nicht amerikanisch ist. Das ist ein, ein russisches Steppengras. Obwohl man's so aus dem, aus dem Wilden Westen und so kennt. Aber, äh, es ist tatsächlich ein, ein russisches Steppengras, das irgendwie eine invasive Spezies war. Und dann, äh, äh, plötzlich über den Wilden Westen herzog. Und, äh, ja, deswegen kennt man das so aus den, aus den diversen Western und so. Aber, also, haben die das aus Russland mitgebracht, oder? Ist irgendein, ja, mit Sicherheit. Kam es mal über die Beringstraße, ist es übergerollt, sozusagen. Nicht mit Absicht, nicht mit Absicht sicherlich. Ja. Irgendwo mal Futter oder so. Weißt ja, wie das ist. Ja, aber zurück zu den Atomraketen. Wollte ich auch gerade kommen. Ähm. Wo war ich stehen geblieben? Äh. Bei Wüsten. Ja, hatte man, hatte man dort getestet. Und, ähm, ja, man hatte ein paar Probleme bei der Entwicklung gehabt. Und, äh, klar, sehr hohe Temperaturen. Und, äh, man hatte so, so kleine Kugeln. Man hat das, äh, in, in, ich glaube, es gab verschiedene Konstruktionen. Äh, es gab welche, in denen hatte man es in kleinen Kugeln gehabt. Es gab welche, da hatte man Platten gehabt. Äh, jedenfalls war das Resultat, äh, dass, dass sich die, die Platten oder auch die Kugeln ein bisschen aufgelöst haben. Äh, äh, und, äh, ja, radioaktive Partikel da hinten rauskamen. Äh, was, äh, nicht gut ist. Äh, äh, sicherlich auch nicht gut für die, äh, äh, für die Umgebung dort. Ähm, gut. Gut, okay, das waren die 50er Jahre. Man hat damals in der Wüste auch Atombomben getestet unter freiem Himmel. Äh, äh, von daher, äh, ja, was soll man sagen? Äh, es war halt der Wahnsinn der Zeit, ne? Äh, und, äh, soweit ich weiß, hat man es aber am Ende hingekriegt, dass man, äh, nicht mehr allzu viel, äh, an Masse verloren hat von dem, äh, von dem Reaktor. Aber, äh, ja, Punkt um ist, äh, am Ende wurde die Finanzierung eingestellt, ähm, weil Sinn und Zweck der ganzen Sache war es halt, zum Mars zu fliegen. Nun hatte man allerdings bei der NASA schon lange davor beschlossen gehabt, ähm, wir hören mal besser auf, zum Mond zu fliegen. Und, äh, hatte halt sogar noch ein paar Saturnraketen rumstehen gehabt, weil man gesagt hat, nee, die starten wir jetzt auch nicht mehr, obwohl wir sie schon fertig gebaut haben. Und dann kann man sich vorstellen, was aus den Plänen wurde, zum Mars zu fliegen. Äh, so heißen, Förderung wurde komplett eingestellt, äh, es gab noch, es gab dann noch später ein Projekt, das nennt sich Timberwind, äh, wurde dann, äh, in den 80er Jahren, äh, im Rahmen von der SDI, das Strategic Defense Initiative, äh, finanziert und, äh, halt, äh, ja, entwickelt. Ähm, ja, Plan war halt, ein, äh, ein Triebwerk zu haben, das noch ein bisschen effizienter ist, irgendwas um die, äh, 1000 Sekunden an spezifischen Impuls hat, also 10 Kilometer pro Sekunde an, äh, an Austrittsgeschwindigkeit hat, also noch ein ganze, noch ein Stück, äh, effizienter als das, was man, äh, beim Nerva-Projekt schon hatte. Aber, ja, äh, äh, SDI, das war halt so Reagan und so, dann war Reagan weg und, äh, wir wissen ja, was dann, äh, nach Reagan, äh, getan wurde, da wurden praktisch sämtlichste Entwicklungen in der, in der Raum, äh, in der Kernkraft eingestellt. Ähm, nicht nur, was, äh, Timberwind angeht, sondern, äh, auch so ziemlich alles andere, was in der Kernkraft an Entwicklungen da war, wurde dann von der Clinton-Administration eingestellt und der Masters. Also, äh, das letzte, was man von dem Projekt gehört hatte, war dann 1994 gewesen. Und, äh, ja, seitdem, äh, hat man da nicht mehr allzu viel gemacht, zumindest nicht wirklich in die Richtung, äh, ähm, einen Kern, einen Kernreaktor zu entwickeln, der direkt, äh, ja, einfach bloß Wasserstoff, äh, aufheizt und das Ganze in, äh, im Düsentriebwerk benutzt. Äh, allerdings hört man so in letzter Zeit, äh, wo es halt auch um Besiedlung von Mars geht und man hat ja schon seit Ewigkeiten sich drüber unterhalten, hey, man kann doch mit Wasserstoff und Kernreaktor und jada jada, äh, zum Mars fliegen, äh, von daher kommt die Diskussion gerade wieder auf. Ähm, ich, äh, halte das für begrenzt sinnvoll. Äh, so diese ganze Atomraketen-Geschichte. Ähm, diese hier, ja, äh, ich meine, klar, äh, man kann, man kann damit, äh, letzten Endes, äh, mit weniger Masse, äh, zum Mars fliegen, aber, wenn man sich jetzt die, die Projekte halt zum Beispiel von SpaceX anschaut, äh, da sieht man doch, äh, ziemlich deutlich, es geht auch mit weniger, äh, äh, radikalen Methoden. Ähm, also, äh, es ist durchaus möglich, das Ganze alles mit chemischen Treibstoffen zu machen, äh, okay, klar, äh, du musst dir dann überlegen, wie komm ich wieder zurück? So, äh, so kleine Nachteile kommen, äh, muss man dann kaufen. Ja, wie man dann hingekommen ist. Ja, äh, entweder muss man dann halt den Treibstoff mitbringen dafür, weil man braucht halt deutlich mehr Treibstoff, ne? Ähm, oder man muss ihn halt auf dem Mars erzeugen. Ähm, ja, aber es ist halt möglich, ne? Und, äh, mit Wasserstoff hat, also der, man, man kommt um diese Treibstoffproblematik ja letzten Endes trotzdem nicht herum, weil man hat ja dann, äh, flüssig Wasserstoff, den man mit sich rumschleppen will, ob man, äh, äh, muss, ob man will oder nicht. Und, äh, die Lagerbedingungen von flüssigem Wasserstoff sind halt minus 253 Grad Celsius, was nicht sehr günstig ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, deswegen ist Methan noch besser. Ja. Aber da kommen wir später noch zu. Kommen wir später noch zu, ja. Okay, ähm, ich hab jetzt wirklich bloß an der Oberfläche gekratzt, wie das Ganze, äh, wie, wie das alles funktioniert ist, was für Projekte es da gab, also es gab da eine ganze Reihe von Projekten, ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob es in der, in der Sowjetunion zu der Zeit solche Projekte gab, da muss ich mal irgendwie nachrecherchieren. Bestimmt, also, äh, Atombomben, Atomenergie, da haben die mit dir auch experimentiert. Ja, ähm, muss ich irgendwann mal nachschauen, äh, haben die mit Sicherheit auch gehabt. Kann ich mir vorstellen, also, gerade weil es die Amerikaner gemacht haben. Werden es auch, die Sowjets gemacht haben. Ja, äh, sicherlich, ähm, Space Shuttle. Ja, 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 auch, auch hier generell, also, alles, äh, nicht nur Space Shuttle. Ja, das sind, also, das war jetzt so das konkreteste Projekt, das man, äh, weitgehend durchgeführt hat, also, man hat es nicht bis zur Veränderung gebracht, aber. Also, das, das Nerva oder, oder was man jetzt so. Nerva, also, die, das Ganze, das, das war das Nerva-Projekt, das hat man halt wirklich bis kurz vor Veränderung halt, äh, gehabt. Das wäre jetzt halt bloß noch darum gegangen, äh, ja, also, das, das eigentliche Trieb, das eigentliche Raketentriebwerk, äh, für den Einbau in eine Raketenstufe und so weiter, äh, dass man das dann halt, äh, entwickelt und baut. Ja. Das war das Einzige, was gefehlt hat, am Ende. Ansonsten war das komplett getestet. Ja, also, das Nerva-Triebwerk, das kennen, also, Leute, die Kerber-Space-Programm spielen, äh, wo ich vermute, dass einige Hörer und Hörerinnen von uns das machen, ähm, die kennen das Nerva-Triebwerk ja auch, weil das dort, äh, quasi als, äh, als, äh, einen, einen Raketenantrieb zur Verfügung steht. Ja. Und, äh, ja, man merkt schon, ist es effizient, aber macht auch sehr viel warm, äh, unterm Popo. Ja, ja, das auf jeden Fall. Okay. Ähm, okay, wo kommt jetzt der Kiwi-TNT-Test da rein? Ähm, naja, es stellt sich halt die Frage, äh, was passiert, wenn so ein Start von so einer Rakete schief geht? Und, ähm, naja, so, dass, man, man hat dann halt, äh, sich überlegt, was ist so das, das schlimmste mögliche Szenario, das irgendwie passieren kann? Ja, und das ist praktisch, äh, ja, ähm, naja, äh, kommt drauf an. Es, also, wenn du, wenn du einen Kernreaktor hast und du knallst den irgendwo auf den Boden drauf, ähm, und der fliegt auseinander, dann fliegt der halt auseinander und alles, äh, liegt halt in der Gegend rum und, äh, musst du halt wieder einsammeln. Okay. Nicht so schlimm. Äh, außer, dass es halt vom Testen ein kleines bisschen radioaktiv geworden ist, soll heißen, man sollte dann doch ein bisschen mit dem Geigerzähler rangehen und schauen, äh, wie radioaktiv ist das jetzt eigentlich alles? Alles, was für Sicherheitsmaßnahmen muss ich betreiben, um, äh, da gesund wieder davon zu kommen. Äh, das geht tatsächlich noch. Ist nicht, äh, nicht so, äh, ja, ist nicht so kritisch, dass man dann sagt, äh, okay, und, äh, in dieser Gegend darf jetzt kein Mensch mehr hingehen oder so. Äh, das Problem ist, man kann sich jetzt überlegen, ähm, was passiert eigentlich, wenn der Kernreaktor so aufkommt, dass die Brennstäbe rausfliegen, aber der eigentliche Reaktorkern immer noch, äh, intakt bleibt. Na, weil dann fliegen die, die, äh, die Steuerstäbe raus und, äh, einer zünftigen Kettenreaktion, äh, steht praktisch nichts mehr im Wege. Ähm, ja, da hat man sich dann überlegt, naja, gut, können wir ja mal testen. Äh, und, äh, ich muss mal kurz gucken, Kiwi, TNT, wann war der Test gleich nochmal? 65. Naja, 1965 hat man sich dann gesagt, naja, gut, wir haben schon, äh, mehr als genug Atombomben getestet, dann können wir auch mal sowas testen. Ähm, man hat auch davor schon, äh, man hat auch in den 50er Jahren schon, ähm, äh, mindestens einen Kernreaktor, äh, mindestens einer ist gut, ich glaube, es waren ein paar mehr als nur einer. Ähm, aber mindestens einen weiß ich jetzt, äh, Borax 2 hat man halt destruktiv getestet, äh, zu heißen, man hat einen, äh, offenen Kernreaktor gebaut und dann den, den, äh, Brennstab sehr, sehr schnell rausgezogen. Äh, ich glaube, mit einer gespannten Feder, äh, einfach, äh, ja, also einfach, man hat das so gebaut, dass man halt, ähm, dass man praktisch die Steuerstäbe aus dem Kernreaktor rauszieht. Und, äh, hat damit erstmal getestet, also erstmal hat man bloß getestet, äh, dass man die Steuerstäbe, äh, relativ schnell rauszieht, dann hat man sie einfach im freien Fall rausfallen lassen. Und dann irgendwann hat man gesagt, jo, okay, das hat da jetzt alles überstanden und jetzt testen wir mal völlig unplausibles Zeug und, äh, hat das Ganze mit einer Feder versehen und dann mit Feder praktisch, äh, äh, ganz besonders schnell rausgepfeffert. Um zu sehen, was passiert und um zu schauen, ob die Rechnungen, die man da gemacht hat, äh, ob die soweit stimmen. Weil es war halt völlig klar, okay, äh, ähm, es gibt diverse Prozesse, die der Kettenreaktion entgegenstehen. Also, wenn man eine sehr schnelle Kettenreaktion hat und die, äh, sich der Kern, der, der Reaktorkern sehr stark aufheizt, dann, äh, ja, dehnt der sich aus. Es gibt diverse Prozesse wie Doppler, ähm, äh, wie den Doppler-Effekt, äh, bei der Neutronenabsorption, äh, die halt letzten Endes alle dafür sorgen, dass, äh, äh, die Kettenreaktion gebremst wird. Und spätestens, wenn sich das Ding dann komplett zerlegt, dann, äh, ist irgendwann, wenn es sich zerlegt hat, dann bricht die Kettenreaktion von alleine zusammen. Aber wenn man den, äh, Brennstab ganz schnell rauszieht oder halt mit einer Feder ganz schnell rausschießt, dann, ähm, haben die Prozesse nicht genug Zeit, um zu wirken, bevor die Kettenreaktion ein ziemlich großes Maß, äh, erreicht hat. Und, äh, dann kann man halt so einen Kernreaktor auch, äh, absichtlich in die Luft sprengen. Und, äh, das hat man halt zum Beispiel in Borax 2 gemacht und, äh, mit Kiwi TNT hat man das Gleiche gemacht. Und das war halt genau so ein Kernreaktor, den man halt modelliert hat für ein, ähm, für ein Kern, äh, für so ein, ähm, für so ein nukleares, äh, Raketentriebwerk. Und, äh, hat das so umgebaut, dass die, ähm, die Steuerstäbe, also die Steuerstäbe in dem Reaktor sind nicht so, dass man die irgendwie reinschiebt und rauszieht, sondern, äh, die kann man drehen. Aber, äh, vom Effekt her ist das das Gleiche, also man, äh, dreht die halt irgendwie um 90 Grad und dann ist die, ähm, äh, hat man praktisch die Seite mit den Neutronenabsorbern, äh, dem, äh, Inneren des Kernreaktors, äh, zugewendet. Und dadurch werden mehr Neutronen absorbiert als davor und dadurch kann man dann steuern, äh, ob der Reaktor gerade reaktiv ist oder nicht. Und, äh, ja, das hat man dann gemacht. Allerdings hat man die ungefähr 100 Mal so schnell gedreht, wie man das normalerweise überhaupt kann. Um halt zu schauen, äh, was passiert, wenn man das sehr, sehr schnell macht. Und, äh, um auch zu, um auch zu wissen, ähm, was passiert, wenn der Reaktor irgendwie bei einem Unfall ganz besonders schlecht irgendwie auf dem Boden aufschlägt, dass, äh, ja, dass vielleicht doch irgendwie die, die Steuerstäbe rausfliegen und es zu einer Kettenreaktion kommen kann. Hat man gemacht, äh, hat dann festgestellt, okay, äh, die Explosion, die entstanden ist, hat so viel Energie freigesetzt, wie, äh, das Äquivalent von, ich glaub, 2 Tonnen TNT. Hat, ja, hat eine gewisse Menge Strahlung, äh, freigesetzt. Also man sollte sich nicht innerhalb von ein paar hundert Metern davon aufgehalten haben, dann, äh, standen die Chancen nicht allzu toll. Äh, außer, überall, also, ähm, in größerer, äh, Entfernung, ähm, ist es halt im Wesentlichen eine Frage gewesen, äh, man sollte weggehen. Ja. Guter Rat. Guter Rat, ne, ähm, weil halt die, die, äh, die Menge an Strahlung dann doch relativ groß wurde. Aber, äh, es ist nicht so, dass man dann riesige Gebiete gehabt hätte, die, ähm, unglaublich stark verstrahlt gewesen wären. Ähm, ist im Wesentlichen auch eine Frage der Zeit, weil, ähm, Am Anfang hat man, äh, sehr stark radioaktive Stoffe, die halt eine sehr kurze Lebensdauer haben. Aber, ähm, also die, die Radioaktivität hat halt immer so, ne, ist einmal die Menge des Stoffs und dann ist die Frage, wie schnell zerfällt der. Und umso schneller er zerfällt, äh, umso radioaktiver ist er. Ähm, folglich hat man so den Effekt, äh, dass man am Anfang sehr, sehr, sehr viel Radioaktivität hat, äh, sehr stark, also halt sehr starke Strahlung, aber die geht halt auch sehr schnell weg, gerade weil sie so stark ist. Und, äh, äh, ja, äh, das Resultat ist dann am Ende, dass man, äh, praktisch die Gegend dann auch wieder dekontaminieren kann. Also, äh, wir reden hier von Größenordnungen, dass man, dass ungefähr ein Gramm, äh, Uran dabei gespalten wird. Kann das sein? Ähm, nee, ein Zehntelgramm, ja, das haut eher hin, so, so ungefähr 0,15 Gramm, das ist die Größenordnung. Ähm, während in einem Kernreaktor, so, so kommerzielles Kernkraftwerk oder so, da ist es halt nicht irgendwie 0,15 Gramm, äh, sondern da wird so pro Jahr bei einem Gigawatt Strom so eine Größenordnung von einer Tonne gespalten. Also, wir, wir reden hier jetzt doch von sehr anderen, äh, äh, ja, von völlig anderen Größenordnungen. Also, das ist dann kein zweites Tschernobyl oder so, äh, sondern es ist letzten Endes eine sehr überschaubare Menge, die halt lokal ein ernsthaftes Problem ist, äh, ganz besonders die ersten, die ersten Minuten, Stunden, Tage. Ein Tschernobylchen. Jaja, äh, ein sehr, sehr kleines. Ähm, aber, äh, ja. Ja, es wäre ein Unfall, größenordnungsmäßig, äh, vergleichbar mit dem Flugzeugabsturz, äh, bloß mit weniger Toten. Also, so von die, die, die betroffene Fläche ist ungefähr so die Größenordnung, die du auch bei einem Flugzeugabsturz hättest. Naja, aber ich sag mal so, ist halt trotzdem nicht. Öffentlichkeitswirksam ist das nicht so, nicht so. Genau, ja. Gut. Hab ich ja auch gesagt, es ist, äh, nicht die schlaueste Idee, die man jemals hatte. Ähm. Weswegen es wahrscheinlich auch nie umgesetzt wurde. Ja, also, wie gesagt, es ist halt, es ist jetzt nicht, es ist nicht so der, der helle Wahnsinn, dass man sagt, oh, man, man gefährdet hier die Bevölkerung ganzer Landesteile oder so. Äh, das ist es nicht, ne? Also dann, ja, ist es halt einfach nicht. Aber, äh, es ist schon eine Gefahr. Äh, es ist eine Gefahr, die, äh, über alles hinausgeht, was man sonst so in der Raumfahrt hat. Naja, außer vielleicht, dass eine Rakete direkt abstürzt, aber deswegen macht man ja solche, äh, solche Raketenstarts ja auch, äh, in unbewohnten Gegenden. Äh, also, die meisten, die meisten Raketenabstütze sind ja dann entweder ganz JWD oder halt in direkter Umgebung von dem Startgelände. Äh, von daher ist das natürlich auch ein gewisser Schutz. Aber naja, ist trotzdem nichts. Ja, wenn du nicht in China wohnst. Äh, ja, meine ich ja. Ähm, ja, wie gesagt, es ist, äh, äh, nicht das Allerschlauste gewesen, was man jeweils gemacht hat, aber gleichzeitig, es ist nicht, äh, es ist nicht, äh, in der Größenordnung, wo man sagt, irgendwie ein menschenverachtendes Verbrechen oder so, es ist einfach nur nicht sonderlich schlau. Ja. Ne? Äh, äh. Okay. Ja, keine, keine Widerrede. Keine Widerrede. Gut. Ähm, kommen wir zu erfreulicheren Themen. Es gab nämlich noch ganz andere Projekte. Hahaha. Ähm, und, äh, eins dieser Projekte war das Projekt Orion. Und, äh. Nicht zu verwechseln mit den schnellen Raumverbänden. Ja, genau. Ähm, und ein Typ, äh, der damit, äh, damit beschäftigt war, äh, äh, ist der Typ mit dem geilsten Namen aller Zeiten, Freeman Dyson. Mhm. Habe schon gleich gedacht, dass du den erwähnst, als ich den Wikipedia-Artikel dazu gelesen habe. Ja, natürlich. Äh, äh, ich finde immer noch, das ist der, ich, ich bin so neidisch auf den Namen. Ist einfach so. Ähm, ja, äh, ja, äh, worum geht's? Ähm, er hat es mal beschrieben als ein einseitiges Abrüstungs, äh, Projekt. Äh, ein Abrüstungsprojekt für Atombomben. Äh, also, die Technik, um die es geht, äh, wird auch gerne mal als Pulsantrieb, äh, bezeichnet, äh, und spielt eine relativ große Rolle in einem Buch von Neil Stevenson, äh, nennt sich Anathem, A-N-A-T-H-I-M. Und, äh, ja, worum geht's? Also, ähm, du hast ein Raumschiff, du hast eine Seite von dem Raumschiff, äh, die sehr gut, sehr resistent gegenüber, äh, ich sag mal, starken physischen Einwirkungen ist. Und, äh, da ist dann ein kleines Loch. Äh, aus diesem kleinen Loch heraus wird eine Atombombe geschossen und die wird dann zur Explosion gebracht. Und die Schockwelle schiebt dann das Raumschiff nach vorn. Ja. Ja, kurzer Schmerzluss, ne? Ja, das, äh, das ist die Idee, ne? Also, du haust eine Atombombe hinten raus und, äh, das knallt dann kräftig und das Raumschiff wird halt nach vorn geschoben. Das hat man insofern ausprobiert, als dass man das gebaut hat, äh, im Modellmaßstab und natürlich nicht mit Atombomben gemacht hat, sondern mit, äh, herkömmlichen Sprengstoffen. Und, äh, ja, also Freeman Dyson meinte, es ist ganz erstaunlich, dass dabei niemand verletzt wurde. Äh, äh, okay. Ähm, es gibt davon noch Videos, glaube ich. Äh, ich, ich weiß gar nicht, äh, ob man die bei, ähm, findet. Äh, das kam mir jetzt grad so in den Sinn, äh, dass ich glaub, mir einbildet, davon mal ein Video gesehen zu haben. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, Project, ja, gibt es, gibt es, gibt es, Footage Archive, da. Ich kann mich nur an diese, ähm, es gab mal so eine sehr kurzlebige, ähm, TV-Serie über das, äh, Manhattan Project. Mhm. Und da hat man auch immer, also, hat man Schauspielern gesehen, wie die halt einfach in die Wüste gegangen sind, also mehr oder weniger hinters Haus und dann haben sie da in die kleinen Atombomben gezündet. Ja. Also, äh, äh, ich hab's dir jetzt Workflow gepackt, okay? Ja. Den Link dazu. Ja, okay. Oh ja, das ist, äh, tatsächlich niedlich. Genau. Also, die, die Größen, die Größenordnung, von der wir jetzt sprechen, sind so 50 Zentimeter Durchmesser oder so. Naja, aber wenn man das halt mit TNT verpackt, dann macht das auch schon Knall-Bang-Pung. Ja. Genau, also, das haben die dann noch getestet. Haben dann auch größere gebaut. Ja. Und wie ging's dann weiter? Warum hat man das nicht größer gebaut? Oder halt Maßstab? Naja, ähm, also, äh, also, man sollte erstmal sagen, der Plan davon war, dass man halt, äh, mehrere tausend Tonnen schwere Raumschiffe, zehntausende Tonnen schwere Raumschiffe, Millionen Tonnen schwere Raumschiffe, je nach Größenordnung halt, also, man hat das in verschiedenen Größenordnungen geplant, äh, baut, äh, entweder, um irgendwie Planeten zu besiedeln oder um mal zum Jupiter zu fliegen, äh, und es gab auch, äh, Pläne für interstellare Missionen und so weiter, äh, dann Roboter-Missionen oder so, ähm, weil du kannst damit ziemlich hohe Geschwindigkeiten erreichen. Ähm, so eine Atombombe, wenn die explodiert, ähm, äh, es gab diverse, es gab diverse Tests, äh, sowas wie Starshot Prime, nee, Starfish Prime, ähm, wo man Atombomben im Weltall gezündet hat. Von daher weiß man sehr genau, okay, wenn eine Atombombe im Weltall, äh, gezündet wird, dann fliegen die Trümmer so mit ungefähr tausend Kilometern pro Sekunde davon. Ähm, wir erinnern uns, vorhin haben wir so gesprochen von 10 Kilometern pro Sekunde. Also, das ist schon mal ganz ordentlich, auch wenn man nicht sonderlich, äh, effizient ist. Also, ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Atombomben zu bauen, wenn man die, äh, man kann die auch so bauen, dass die praktisch, äh, nicht, äh, in alle Richtungen gleichzeitig, äh, in alle Richtungen gleichmäßig, äh, explodiert, sondern halt ein bisschen, äh, so zylinderförmig die Explosion sich ausbreitet. Ähm, dann kann man das ein bisschen steuern, sodass es ein bisschen effizienter wird und so weiter. Aber man kann damit theoretisch sehr hohe Geschwindigkeiten erreichen. Äh, und das war halt so der, die Idee dahinter. Also, das Problem ist nur, du kannst dieses Raumschiff halt nicht so wie, äh, so wie vorhin beschrieben, erst mal mit einer normalen Rakete starten, dann im Weltall den Reaktor anmachen und dann davonfliegen, sondern du musst von der Erde aus starten. Und du musst natürlich dann auch mit Atombomben starten. Äh, ist natürlich normal. Und, also, es gab ja, ich hab mir den Wikipedia-Artikel auch gelesen. Okay. Und, ähm, es gab ja auch dann am Schluss Ideen, wie man das auf eine Saturn V packt. Ähm, das Projekt Orion? Ja. Die Saturn V als Earth-Launch-Vehicle für das Orion-Raumschiff, also das aus den 60ern, nicht das aktuelle. Okay. Okay, dann hab ich das lange nicht mehr angeschaut. Genau, es gab ja, also, ähm, es gab einen Plan von 1958, äh, wo das gesamte Teil noch 4.000 Tonnen gewogen hat. Mhm. Ähm, und dann von 65, ähm, wo es dann quasi nur noch, äh, 100 Tonnen bis 750 Tonnen gewogen hat. Und das ist wahrscheinlich quasi dann die Phase, wo es dann auf eine Saturn V oben draufgepackt wurde. Also, hier steht auch schon, äh, Nutzlast, ähm, äh, ist schon aus, aus, äh, bei den Zeiten gar nicht mehr angegeben, weil es halt, weil halt das Raumschiff an sich die Nutzlast ist von, von der Erde aus. Du sollte dann, glaub ich, äh, genau 200 Tonnen, äh, vom Erdorbit, äh, zum Mond bringen können. Im Gegensatz zu einer Saturn V, die nur 52 Tonnen zum Mond bringen kann. Okay. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, davon hatte ich noch nie gehört. Also, der Wikipedia-Artikel, äh, der ist echt, äh, ziemlich gut. Da gibt es jetzt auch sehr viele schöne, sehr viele schöne Zeichnungen. Dann ist der wahrscheinlich, dann ist der wahrscheinlich besser geworden, seit ich den damals irgendwann mal gelesen hatte. Also, ich weiß nicht, wann, wann hast du den mal gelesen? Äh, Jahre her. Also, hier sind sehr viele, sehr viele Risszeichnungen von den verschiedenen Teilen drin. Sehr viele, äh, Computergrafiken. Die kannte ich, aber... Wikipedia-Artikel, muss ich mal sagen. Auch in Deutsch, was ja nicht so selten ist, äh, nicht so häufig ist, dass der auch in Deutsch sehr gut ist. Jo. Nö, okay. Muss ich mir dann nochmal durchlesen, weil, äh, die kleinen Varianten... Oder ich hab's einfach vergessen. Vielleicht hab ich's auch einfach nur vergessen. Das passiert mir häufig. Naja, das Interessante bei diesem Reindings ist ja auch, dass die, äh, ziemlich große Stoßdämpfer, Stoßdämpfer hatten. Genau. Darauf wollte ich noch, genau. Wollte ich noch hinaus. Also, ähm, es ist natürlich ein Problem. Du hast da hinten eine Atombombe, äh, die du mal eben zünden möchtest und das Ganze dann auch noch aushalten. Und du willst halt, dass, äh, äh, das Raumschiff nicht in Stücken irgendwie, äh, durchs Weltall fliegen haben, sondern an einem Stück. Und, ähm, ja, also, alles, was du machen kannst, ist, äh, zu sagen, okay, äh, es muss halt groß genug sein. Äh, äh, es muss weit genug weg sein und die, äh, die Fläche, mit der du die Schockwelle auffangen willst, muss groß genug sein, dass man die, dass man die Kräfte halt aushalten kann. Und nach Möglichkeit sollte das Ganze natürlich auch so sein, dass, äh, das Ganze nicht ein solider Block ist, weil ansonsten fühlt sich das dann an, also, halt so, wie man sich's vorstellt, ne? Äh, äh, wenn das alles ein solider Block ist, dann, äh, fühlt, dann, dann ist das halt wirklich so, da hinten explodiert was und, äh, du brichst dir das Genick, weil halt, äh, die, weil halt die, äh, die Stoßwelle kommt. Ähm, also braucht man irgendwie etwas dazwischen, äh, das den Stoß erstmal auffängt und, äh, die Kraft dann Stück für Stück weitergibt an den Rest des, des Raumschiffs, sodass man halt, ja, halt einen Stoßdämpfer. Und, äh, das ist wortwörtlich gemeint, also, äh, wirklich genau sowas, wie man auch ein Auto hat oder so, bloß halt in groß, in richtig groß. Ja, und, äh, richtig, äh, gut gedämpft. Ja, das Nächste, was man natürlich braucht, ist, äh, so ein winziges Problem, äh, die Strahlung. Äh, also man braucht halt auch ein passendes Strahlenschild dafür. Naja, man bewegt sich ja dann von der Strahlung sehr schnell weg. Ähm, naja, äh, es geht hier nicht um, um, äh, irgendwie Fallout oder sowas. Also bei einer normalen Atombombe hast du halt, äh, du hast halt immer so zwei Effekte, ne? Du hast einmal den Fallout, das ist das, woran jeder denkt. Und, äh, du hast am Anfang noch, äh, halt die, die Kettenreaktion, die setzt jede Menge Strahlung frei. Äh. Und zwar, äh, deutlich mehr als was dann die, der Fallout und so weiter ist. Ähm, ähm, und das muss man halt erstmal überleben irgendwie. Und dazu braucht man halt entsprechend, äh, äh, ja, also, A, erstens Abstand und, äh, zweitens Material zwischen, äh, sich selbst und der Bombe. Also, ne, äh, wie gesagt, Strahlung, äh, egal ob das Licht ist oder Röntgenstrahlung oder in dem Fall halt Gammastrahlung oder, äh, Neutronenstrahlung oder sonst was, fällt halt mit dem Quadrat des Abstandes ab. Ähm, wenn, äh, wenn noch was Absorbierendes dazwischen ist, dann wird das deutlich mehr als nun mit dem Quadrat des Abstandes. Ähm, und, äh, ja, muss man halt schauen, ne? Also, der, ein großer Teil der Masse wäre dann tatsächlich das Strahlenschild gewesen. Mhm. Ähm, ja, äh, was man dann auch gemacht hätte, man hätte wahrscheinlich nicht einfach bloß eine einfache, äh, eine einfache Atombombe da hinten hingepackt. Äh, am Anfang sicherlich schon bei den Kleinen. Aber, äh, äh, man hat halt eine Atombombe, ne? Und, ähm, die Atombombe besteht nicht aus sonderlich viel Masse. Aber man braucht halt letzten Endes schon Masse, um, äh, irgendwie eine Kraft zu haben. So heißen, was, äh, was dann geplant war, war, dass man die, äh, Atombombe, den Atomsprengkraft, halt den Atomsprengkopf, äh, mit sowas wie Polyethon, wie Ethylen oder, äh, halt irgendeinem Kunststoff umwickelt, und zwar sehr, sehr viel davon, ähm, der dann halt praktisch dafür sorgt, dass praktisch, also, was dann passiert ist. Die Atombombe verdampft das Plastik und der Plastikdampf, der, äh, erzeugt dann praktisch die Schubwelle, die das Raumschiff dann antreibt. Und hat einfach mehr Masse, hat damit auch mehr Impuls und kann das Raumschiff einfach stärker anschieben. Hat natürlich den Nachteil, äh, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit, äh, entsprechend kleiner ist. Aber, ähm, äh, der, der Impuls, also die, die, äh, die Kraft, die man da am Ende rausbekommt, äh, ist halt um, um einiges höher, äh, als was man, äh, sonst hätte. Also, man hat halt so diesen, diesen klassischen Trade-off zwischen, äh, mehr Schub oder mehr Effizienz. Und in dem Fall sagt man halt, scheiß auf die Effizienz, äh, davon haben wir mehr als genug, wir hätten lieber mehr Schub. Was es auch noch gab, waren andere Projekte, ähm, die praktisch, äh, den Mittelweg zwischen den letzten beiden, äh, darstellen. Soll heißen, äh, am Anfang hatten wir davon gesprochen, okay, wir benutzen einen Kernreaktor, der halt praktisch so ein solides Ding ist und, äh, leiten Wasserstoff, Wasserstoffgas dadurch, sodass der Wasserstoff aufgeheizt wird und hinten rausgeblasen wird. Das hat den Nachteil, dass die, äh, die, die, die Geschwindigkeit halt dadurch begrenzt ist, dass die Temperatur begrenzt ist, äh, die erreicht werden kann, äh, weil man will ja nicht, dass, äh, äh, man will ja nicht, dass der, dass der Kernreaktor wegschmilzt. Mhm. Also, ähm, bessere Idee, wir benutzen eine andere Form von Reaktor. Ähm, es gibt verschiedene, äh, Reaktorarten und, äh, die meisten Reaktoren, die wir so kennen, haben halt irgendwie, ja, Brennstäbe oder irgendwas Festes, dass man halt, äh, 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 ja, irgendein festes Zeug, das, äh, Uran enthält und damit, äh, eine kritische Masse erreicht wird und, ähm, damit irgendwas anderes aufheizt. Egal, egal, ob das ein Gas ist oder eine Flüssigkeit, irgendwas halt. Es gab aber schon in der Anfangszeit, äh, der Entwicklung von, äh, Kernreaktoren und, äh, auch als Testobjekt vor der, für eine Atombombe, äh, die Idee, hey, wir könnten doch einfach, äh, irgendwelche Salze nehmen, irgendwelche Uransalze und die in Wasser auflösen. Äh, komm ich jetzt noch auf den Namen von dem Reaktor, der hieß irgendwie sowas wie Hypo, glaub ich. Äh, frage mir nicht, was das ausgesprochen dann am Ende heißt. Also letzten Endes war das, äh, eine 30 Zentimeter große Kugel, gefüllt mit, halt, einer Mischung aus Phosphorsäure und irgendwelchen Uranylsalzen, äh, was dafür sorgt, dass die, äh, dass der Wasseranteil davon halt praktisch der Moderator ist, also die Neutronen abbremst. Und man hatte, ähm, ich glaube, vier Kilogramm Uran darin aufgelöst, äh, angereichert auf 12,5 Prozent oder so. Und das hat halt ausgereicht, um eine Kettenreaktion herzustellen und, ja, das Ganze war halt kugelrund, äh, so ähnlich wie halt auch dann die Atombombe am Ende sein sollte. Also wir reden hier von 1944 oder so. Mhm. 3, 3, 4 und 45, so die, die Größenordnung halt. Ich glaub 43, na, ich glaub eher 44, weil man muss ja erst das Uran anreichern und, äh, Urananreicherung war so schnell noch nicht entwickelt. Ähm, und hat damit dann halt gesagt, okay, wir testen mal die Mathematik, ob wir richtig gerechnet haben, äh, wenn man ein rundes Objekt halt hat, äh, in dem eine Kettenreaktion stattfindet. Ähm, die gleiche Technik hat man dann später auch noch benutzt für Forschungsreaktoren, äh, weil der große Vorteil davon ist, äh, äh, du hast Uran, das gespalten wird und, äh, hast dann halt die Spaltprodukte schon in einer wässrigen Lösung vorliegen. So heißt es, du kannst dann die Suppe, und das Zeug wurde die Suppe genannt. Das Suppe. Du kannst dann, ja, genau, äh, du kannst diese Suppe dann nehmen und die, äh, praktisch, äh, mit ganz normaler Chemie dann, äh, behandeln und, äh, ja, alle chemischen Bestandteile davon brennen und, äh, Spaltprodukte rausholen oder was auch immer. Aber da waren jetzt keine deutschen Wissenschaftler dran beteiligt, oder? Da wären sicherlich ein paar Deutsche dabei gewesen sein, weil deutsche Wissenschaftler gab's in den USA sowieso. Weil dann bekommt der Begriff der Suppen-Nazi eine ganz andere Bedeutung. Nee, Nazis waren das nicht. Ja, nee, aber, äh, kennst du nicht Seinfeld hier? Nee. No soup for you? Nee. Okay, gut, also für Leute, die Seinfeld kennen, war das jetzt ein mega lustiger Witz jetzt eben. Denk ich, äh, ja, also, ähm, ja, also, deswegen hatte man sowas entwickelt schon, ähm, und dann ist man auf die Idee gekommen, hey, daraus kann man doch ein, daraus kann man doch ein Raketentriebwerk bauen. Soll heißen, ähm, man, äh, baut praktisch Treibstofftanks, die halt, äh, mit so einer Suppe gefüllt sind, und baut dann, äh, dort wo das Raketentriebwerk normalerweise, also noch vor der eigentlichen Brennkammer, baut man dann praktisch so eine Reaktionskammer, äh, die so gebaut ist, dass dort eine, äh, eine Kettenreaktion zustande kommen kann. Soll heißen, den ganzen Rest baut man so, dass da ringsrum sowas wie Cadmium oder irgendwelche anderen Neutronenabsorber sind, sodass es nicht frühzeitig zu einer Kettenreaktion kommen kann, sondern erst an der Stelle. Und, äh, die Kettenreaktion sorgt dafür, dass sich das ganze Ding aufheizt, dass das Wasser verdampft, und, äh, kann dann fast beliebige Temperaturen erreichen, insofern die Reaktorwände, äh, gut gekühlt sind. Und dann, äh, kann man halt, äh, auf die Art und Weise doch, äh, ja, kann man damit ein Raketentriebwerk, ein nukleares Raketentriebwerk bauen. Die Energiequelle ist gleich in dem, äh, ist halt wieder gleich in dem Treibstoff enthalten. Hat den winzigen Nachteil, dass man dann natürlich, äh, riesige Mengen an, äh, Spaltprodukten halt allem, was bei der Kettenreaktion anfällt, hinten rausschmeißt. Ähm, und das war jetzt noch die vernünftige Variante. Ähm, das war die, das war die vernünftige Variante. Also, dass man sagt, okay, äh, wir pumpen irgendwie das Zeug da rein, das heizt sich dann in dem Reaktor auf, und, äh, dann wird's hinten rausgehauen, äh, wenn's heiß ist. Die unvernünftige Variante sieht so aus, man baut die Reaktionskammer so, äh, dass man nicht nur, äh, den kritischen Punkt erreicht, äh, also, äh, so, dass man eine Kettenreaktion hat, äh, sondern, und mir fällt jetzt gerade das passende Wort nicht ein, äh, 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 boah, äh, ja. Ja, sondern, ähm, man baut das so, dass es prompt kritisch wird. Äh, was ist damit gemeint? Also, eine normale Kettenreaktion, äh, auch so, normaler Kernreaktor, äh, wird dadurch gesteuert, dass die Kettenreaktion keine vollkommene Kettenreaktion ist. Also, äh, es ist nicht so, dass ein Atom gespalten wird, und, äh, kurz danach, äh, Moment, ich muss das zurücknehmen, äh, man baut das schon so, dass es nicht gleich prompt kritisch wird in dem Reaktor, aber, äh, kommen wir gleich zu. Ähm, also, gesteuert wird eine normale Kettenreaktion dadurch, dass man sogenannte verzögerte Neutronen hat. Ähm, man stellt sich ja im Allgemeinen eine Kettenreaktion so vor, man spaltet ein Atom, da kommen jede Menge Neutronen raus, die Neutronen, äh, knallen auf das nächste Atom, die, äh, spalten auf die nächsten paar Atome, die werden wieder gespalten, die schmeißen wieder noch mehr Neutronen raus und so weiter und so weiter. Ähm, in einem normalen Reaktor ist es so, äh, dass das nicht ausreicht. Äh, also, die werden wirklich so gebaut, äh, dass, äh, dass es tatsächlich zu diesem Effekt nicht ganz kommt, äh, soll heißen, es wird ein Atom gespalten, es werden Neutronen freigesetzt und so im Durchschnitt, äh, kommt etwas weniger als ein Neutron, äh, in den Genuss der Tatsache, dass man, dass es das nächste Atom spalten kann. Aber, äh, äh, es ist jetzt nicht nur so, dass, äh, gespaltene Neutronen, ähm, äh, gespaltene Atome Neutronen sofort freigeben, sondern, äh, es gibt eine kleine Menge an Neutronen, die etwas später erst freigegeben werden. Äh, äh, einfach, weil die, weil die Spaltprodukte sehr viele Neutronen in sich tragen und manchmal sind es so viele Neutronen, dass die halt nicht bloß radioaktiv werden und dann die Spaltprodukte halt weiter zerfallen, sondern dass die halt direkt Neutronen irgendwann mit etwas Verzögerung raushauen. Und, äh, äh, den Effekt wollte man sich dort zunutze machen und hat dann gesagt, okay, äh, wir, äh, wir bauen den Reaktor sozusagen wirklich ganz auf Kante und, äh, machen eine Kettenreaktion so, dass die praktisch innerhalb des, äh, innerhalb des Raketentriebwerks anfängt, sich langsam aber sicher aufbaut und immer mehr von diesen Neutronen freigesetzt werden. Aber erst an der Stelle, wenn die Suppe praktisch da hinten rausfliegt, äh, so richtig in Gang kommt und knapp außerhalb vom, äh, von dem Triebwerk, äh, dann halt, äh, ja, praktisch den, den ganzen Rest des übrigen Urans, äh, spaltet. Und, äh, das ist dann praktisch so was in der Art wie eine, eine, äh, dauerhafte Atombomben-Explosion, was ziemlich gewagt ist. Um das mal vorsichtig auszudrücken. Ja, das, äh, klingt nicht gesund. Klingt nicht gesund, ist vor allen Dingen sehr schwer zu steuern. Also, äh, mir hat, also, äh, der, der Punkt ist, ähm, wenn irgendwie ungeplant eine Pumpe dabei ausfällt, äh, wirst du deine Liebe Not haben, das Ganze unter Kontrolle zu bringen, auf eine Art und Weise, dass dir das Triebwerk dabei nicht um die Ohren fliegt. Äh, äh, ja. Hat allerdings den Vorteil, dass du, äh, praktisch einen, einen kontinuierlichen Schub hast und halt nicht so, nicht so schubweise wie bei einer Atombombe halt, ne? Ja, also, äh, ist, also die, die Ideen, die man hatte, äh, naja, ich sag mal, Papier ist geduldig, ne? Ja, ähm, ich habe auch noch gelesen, äh, warte mal kurz, bei dieser Salzwasserrakete, dass, das Problem ist, dass die höchste Energieausstoß Dingenskirchen erst passiert halt, wenn das Ganze, die Suppe sozusagen, ähm, die Rakete verlassen hat. Genau. Ja, das ist halt genau der Punkt. Der Nachteil, genau, hier steht es nochmal, der Nachteil ist die enorme Hitzeentwicklung durch die nukleare Kettenreaktion, sodass der maximale Neutronenfluss erst außerhalb der Reaktionskammer stattfinden darf. Ja, das ist, das ist halt genau der Punkt, ne? Und das, äh, und das heißt halt, dass du wirklich, äh, praktisch innerhalb von dem Reaktor, äh, die Reaktionsbedingungen so machen musst, dass, äh, wenn das, äh, wenn die Suppe hinten nicht rausfliegt, ähm, dass dann praktisch die, die Reaktion komplett durchgehen würde und, und ja, dass das Rakete, das Triebwerk explodieren würde. Also, äh, das ist alles sehr, sehr gewagt. Ja, okay. Ähm, ähm, Salzwasserrakete, wir haben Project Orion, jetzt kommen wir zu Fission Fragment Rocket Engine, das klingt schon kompliziert. Ja, ähm, die Idee dahinter ist, äh, jetzt kommen wir wirklich an den Punkt, wo man dann nicht mehr sagt, okay, wir wollen innerhalb des Sonnensystems irgendwie zum Jupiter fliegen oder so, sondern irgendwie zum nächsten Stern. Wir wollen möglichst hohe Geschwindigkeiten erreichen und dafür braucht man möglichst hohen spezifischen Impuls. Also, äh, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, es gibt immer so diesen, diesen Trade-off, okay, äh, wie heißt das auf Deutsch, Trade-off? Äh, äh, diesen Kompromiss. Äh, diesen Kompromiss zwischen ich möchte möglichst hohe Effizienz haben oder ich möchte möglichst mehr Schub haben. Und, äh, es gibt dann diverse Konzepte, bei denen man sagt, scheiß auf, äh, scheiß auf Schub, wir wollen nicht viel Schub haben, wir wollen viel Effizienz haben. Weil viel Effizienz heißt, dass die Endgeschwindigkeit, die man erreichen kann, äh, sehr viel höher ist. Und nach Möglichkeit will man halt so Bruchteile von Lichtgeschwindigkeit irgendwie erreichen. So ein Prozent oder ein halbes Prozent oder was in der Größenordnung. Okay. Und, äh, ja, äh, wie macht man das? Also, ähm, ja, also wenn du hinten eine Atombombe rausschmeißt, dann kannst du sagen, okay, äh, es entsteht dort eine, eine Kettenreaktion. Und, äh, alle Teile von der Atombombe haben so die, die maximal mögliche Energiemenge, äh, von der, von der Kernspaltung mitbekommen und fliegen dann halt in alle Richtungen weg. Aber nur ein kleiner Teil davon, äh, trägt halt tatsächlich zum Antrieb von dem, äh, von dem Raumschiff bei, ne? Das Beste wäre, wenn man, äh, eine Kettenreaktion hätte, bei der halt praktisch Atome gespalten werden und die Spaltprodukte, die dabei rauskommen, gesteuert werden können und in eine Richtung hinten rausfliegen aus dem Triebwerk. Damit man halt sowas wie ein Triebwerk hat, ne? Mhm. Günstig ist dabei, äh, dass die, die Spaltprodukte, äh, elektrisch geladen sind, weil die werden sich sehr, sehr schnell von ihren Elektronen trennen, die sie jemals hatten, äh, weil einfach zu viel Energie, also es ist ein reines Plasma und du hast einen reinen Atomkern, der dann rumfliegt und der ist natürlich positiv geladen. Das heißt, theoretisch kannst du das Ganze mit einem, mit einem Magnetfeld, äh, irgendwie umlenken und dann hinten aus der Düse sozusagen rausschmeißen. Äh, klingt, glaube ich, halbwegs plausibel. Ja. Das Problem ist, äh, du musst halt irgendwie einen Reaktor bauen, bei dem, äh, ein Atom gespalten wird und die beiden Teile, die dabei entstehen, und es sind meistens nur zwei Teile, die entstehen, also meistens im Sinne von, äh, es ist so, in einer von einer Millionen Fällen entstehen auch mal drei oder so, also die zwei Atomkerne, die dabei entstehen, äh, müssen halt tatsächlich irgendwie, äh, frei werden. Ähm, wenn du jetzt sowas hast wie ein, wie so eine Kugel oder wie ein Brennstab oder so, äh, dann sind die halt im Inneren von dem Brennstab und, äh, kommen da wirklich nicht raus. Also die kollidieren halt direkt mit dem Material daneben und heizen das auf. Wenn du willst, dass du an diese, an diese Spaltteile rankommst und die dann irgendwie steuern kannst und die halt irgendwie ihre Energie, äh, mitnehmen können und frei rumfliegen können, so, damit du die steuern und rausschmeißen kannst, ähm, brauchst du letzten Endes sowas wie Staub. Also wenn du so ein Staubteilchen hättest, das irgendwie aus Uran besteht und, äh, da halt ein Urankern gespalten wird, dann würde das genau passen. Oder du hast eine sehr, sehr dünne Scheibe oder so, also was wirklich sehr, sehr dünn ist. Ja, und das ist halt die Idee, ne? Du baust einen Kernreaktor, in dem du praktisch einen radioaktiven, also so einen Staub aus Uran hast und, äh, immer wenn so ein Uranatom in diesem Staub, äh, gespalten wird, dann, äh, werden halt die entstehenden geladenen Teilchen umgelenkt. Äh, der Staub wird, äh, zuvor schon elektrisch aufgeladen, ähm, damit man den mit Hilfe von elektrischen und magnetischen Feldern halt, äh, in der Schwebe halten kann. Äh, das ist die Theorie zumindest. Ähm, und, äh, ja, damit dann halt hinten rausschmeißen kann. Hm. Äh, gab's diverse, ich hab davon, ich hab darüber irgendwann mal ein Paper gelesen. Und die Idee dahinter ist dann halt auch, okay, vielleicht braucht man das gar nicht zu machen mit einem Kernreaktor, sondern, äh, mit irgendeinem Alphastrahler könnte es auch gehen. Weil, ähm, wenn du halt sowas hast wie Plutonium-238, was halt so klassische radioaktive Alphastrahler ist, ja, dann fliegt halt der Atomkern in die eine Richtung und es fliegt ein Alphateilchen in die andere Richtung. Äh, das Alphateilchen ist halt ein sehr kleiner Atomkern, also ist schon fast sowas ähnliches wie eine Kernspaltung, was da passiert. Ähm, nur mit halt nicht so viel Energie und, äh, da hat man dann halt gesagt, ja, könnte man ja auch so machen. Hat außerdem den Vorteil, ähm, du hast ein geladenes Teilchen, das irgendwo lang fliegt. Das heißt, prinzipiell könnte man das gleiche Prinzip auch benutzen, um nicht nur, äh, irgendwie einen Raketenantrieb an, äh, zu bauen, sondern man könnte auch sagen, okay, wir haben ein geladenes Teilchen, das können wir hier einfach durch den, äh, Magneten durchfliegen lassen, äh, das können wir einfach durch eine Spule durchfliegen lassen. Und, äh, induzieren einfach, äh, in die Spule einen Strom und bremsen damit auf der einen Seite das, äh, das Teilchen ab und auf der anderen Seite haben wir Strom aus der Spule und können damit, äh, sehr effizient, äh, direkt Strom erzeugen. So mit, äh, fast 100% Effizienz. Äh, und die Idee ist dann dahinter halt zu sagen, okay, wir haben hier ein super effizientes Atomkraftwerk. Äh, in der Praxis ist das alles sehr, sehr viel schwieriger. Mhm. Okay, ähm, Kernfusionstriebwerke, äh, gab's diverse Überlegungen. Habe ich jetzt keine Details zu. Kannst du vielleicht, äh, vielleicht mal das Prinzip von Kernfusion erklären oder den Unterschied, äh, okay, Kernfusion ist was anderes als Kernfaltung, aber. Lass mich mal kurz noch was trinken, dann mach ich, okay. Äh, mir ist auch nicht so ganz klar, wie das funktionieren soll. Naja, also, ein Kernreaktor funktioniert ja, oder, ähm, äh, ja, in einem Kernreaktor ist es ja ohne, ohnehin so, dass man, äh, im Plasma hat, dass man mit Magnetfeldern oder irgendwas in der Schwebe halten muss, weil die Temperaturen, die du erreichen musst, um eine Kernfusion in Gang zu bringen, äh, sind ja extrem hoch, ne? Ja. Man muss dieses Plasma sowieso in der Schwebe halten. Und perfekt bist du damit sowieso nie. Also, äh, du hast in jedem Kernreaktor, äh, in jedem Fusionsreaktor, äh, sowas wie ein Diverto, äh, so heißen, irgendwo eine Stelle, wo, äh, was halt so der Auspuff ist, ne? Also, wo ein Teil von dem Plasma letzten Endes abgeleitet wird und rausgeschmissen wird. Mhm. Naja, und man kann sich dann halt vorstellen, okay, äh, wir haben einen Kernfusion, äh, Kernfusionsreaktor, bei dem man Plasma hat, äh, das durch Kernfusion aufgeheizt wird, und, äh, weil ein Teil von dem Plasma sowieso immer entkommt, ähm, haben wir ja an der Stelle schon fast ein, schon fast ein Raketentriebwerk, ne? Okay. Du hast halt, äh, ja, du hast halt ein heißes Plasma, ne, das sowieso schon heiß ist, und ein Teil kommt, äh, raus und dann musst du nur noch dafür sorgen, dass, äh, das Plasma, das rauskommt, äh, an einer Seite rauskommt, äh, und in eine Richtung rausfliegt. Und im Prinzip hast du damit dann schon deinen Antrieb. Ja, wenn, wenn der Rakete oder das Plasma zu allen Seiten rauskommt, dann ist das nicht gut. Ja, das ist dann physikalisch etwas ungünstig, weil, äh, dann, äh, die Kraft sich zu Null addiert. Ja. Ähm, jetzt mal so eine generelle Frage, warum haben wir überhaupt... Äh, ach ja, die Größenordnungen, die du damit erreichen könntest, theoretisch im Prinzip, sind dann so drei bis vielleicht fünf Prozent der Lichtgeschwindigkeit. Also, von, von, wenn du so nach der Energiemenge gehst, die da frei werden kann, wenn du perfekte Effizienz erreichst und so. Okay. Aber jetzt mal so, so generell gefragt, warum haben wir, also, du hast jetzt viele Projekte vorgestellt, warum wurde dann nie von was wirklich umgesetzt? Extremer Aufwand. Einfach bloß extremer Aufwand und kein Interesse. Wer will zum Mars fliegen? Wollte jetzt in den letzten 50 Jahren irgendwer zum Mars fliegen? Hört gefühlt, wollen alle zum Mars fliegen. Ja, aber wie ernst war das? Ja. Ne, das war doch alles immer so wie, wie, äh, George W. Bush, ne? Der halt gesagt hat, oh, Columbia ist abgestürzt, ich, ich muss irgendwas für meine Ratings tun, äh, was machen wir, was machen wir, was machen wir? NASA sieht grad schlecht aus, wir fliegen zum Mond, ha! Ja. So sah es ja aus, ne? Oder nee, er hat ja gar nicht gesagt zum Mars, ne? Constellation? Ja, war ja alles zum Mars. Constellation war Mars. Weil er hieß ja Ares 1 und Ares 5 und so, ja. Ähm, okay, also ich hab gelesen, dass hier Project Orion wurde eingestellt, weil er dann dieser Atomwaffentest, äh, Stoppvertrag unterzeichnet wurde, 1963, 64, so, um den Dreh. 63, glaub ich, ja. Und 65 wurde das dann aus dem Grund eingestellt, weil man halt, äh, Atomwaffen, man konnte halt nicht glaubhaft versichern, dass es nur eine Rakete ist und keine Waffe. Ja, ist auch klar. Ja. Ähm, gut. Dann, äh, sind wir durch mit dem Thema, oder? Soweit ich das gesehen hab. Ja, äh, meine Stimme ist irgendwie gerade etwas angegriffen. Ja, da hast du jetzt auch ziemlich lange geredet, aber ich hoffe, dass unsere Hörerinnen mitgekommen sind und, äh, dem Folgen konnten sonst einfach nochmal anhören, das schadet auch nicht. Genau, und bei Fragen, äh, Fragen. Genau, also wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, war es mir so eine kleine Vorlesung, als so ein, äh, so, 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 Herr Dr. Wunderlich Pfeiffer hält einen Vortrag über. Ja, aber ich hoffe, ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, also wir bekommen ja immer Rückmeldung, dass, äh, dass die Leute das ganz toll finden, wenn wir so ins Detail gehen und deswegen machen wir das. Ja, und nebenbei gesagt, wir finden es toll, wenn wir Rückmeldung, wir Rückmeldung kriegen, also, ähm, gebt euch einen Ruck, okay? Ja. Ja, genau, sehr schön, ähm, nochmal kurz Ablaufplan, ja, genau, jetzt haben wir die Grundlagen hinter uns, jetzt kommen wir mal ein bisschen zu den aktuellen Themen und, äh, da hat ein gewisser Tom Müller, Heißt er Tom oder Thomas? Ne, Tom Müller, oder? Thomas, ich glaub, der heißt Thomas und, äh, nennt sich einfach bloß Tom da, Kürze, wegen, wie das halt in den USA so häufig ist. Irgendwie alle, alle Robots, alle Robots nennen sich ja Bob und so. Genau, Bob oder Dick, oder? Ne, ne, das ist Richard. Genau, also alle Robots heißt Bob. Richard wird, Richard wird abgekürzt zu Dick und es ist halt ein bisschen komisch, wenn man dann irgendwie von einem Professor eine E-Mail, also gestandener Professor, weißt du, im Sinne von irgendwie, äh, 70er, fast 80 Jahre oder so 75 oder so und kriegst deine E-Mail zurück und dann steht drunter Greetings Dick. Ja, ich mein, die hatten ja auch mal einen Präsidenten, der Richard mit vorne hieß. Ähm. Äh, ja, Dick Nixon, ne? Ja. Dick Nixon. Dick, genau, aber ich, äh, okay, ich, 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 ich finde das jetzt gerade gut, okay. Also wir verschweifen ein bisschen ab, es geht um, äh, äh, Thomas Müller, der ist, äh, CTO, also Chief Technical Officer bei SpaceX und auch, äh, wird auch als, als Mitgründer von SpaceX genannt, also schon von Anfang an dabei. Und der ist der, ja, äh, Hauptingenieur gewesen. War da vor, war da vor, ah, wie hieß die? TWR. TWR, TBR. Genau. Also so eine, so eine, so eine Untergesellschaft von Northrop Grumman, die halt, äh, auch so verschiedene Raumfahrtdinge gemacht haben. Und, äh. Ja, die haben, äh, die haben Triebwerke entwickelt, ähm, und zwar, äh, sehr einfache Triebwerke, äh, mit Pintel-Injektoren. Und die kennen wir ja, ne? Pintel-Injektoren? Also, äh, ja, die Dinger, die halt die Merlin-Triebwerke benutzt haben. Ja, okay. Genau, also was ich sagen wollte, bevor du mich unterbrochen hast. Und, äh, der größte, ganz kurz, äh, ganz kurz noch, der größte Kuh war, also der größte Kuh, naja, also am, am Ende hatten sie dann halt, äh, angefangen, richtig große Triebwerke daraus zu entwickeln, die dann halt so 300 Tonnen Schub oder sowas liefern konnten. Also letzten Endes theoretisch, ähm, sowas wie das RD-180 hätten, äh, ersetzen können. Aber das wurde dann auch irgendwie eingestellt und, äh, versank. Ja. Genau. Und der hat das, ähm, Merlin-1D-Triebwerk mitentwickelt und, äh, ist jetzt gerade daran beschäftigt, äh, das Raptor-Triebwerk, also das komplett Methan betriebene Triebwerk von SpaceX zu entwickeln. Also genau genommen hat er alle Merlin-Triebwerke mitentwickelt. Ja. Äh, von, von 1a an. Genau. Ähm, und der hat ein Interview geführt mit, wir fahren, das ist eigentlich so eine, so eine Sternwarte, so ein, oder so ein Astronomie-Astronomie-Club. Ich weiß nicht, äh, ja, irgend so ein Club war das und die waren, äh, furchtbar begeistert, dass sich da jemand meldet und dass das alles klappt wie bei Unzeilen. Genau, New York University Astronomy, Astronomy Society. Ja, also, äh, so ein bisschen so ähnliche Szenen, war halt mit Skype, äh, aber so ein bisschen hat's mich erinnert wie unser, äh, Interview mit Jan Birne. Oh, hey, der antwortet wirklich. Ja, genau. Ähm, genau, die haben, äh, am 2. Mai ein Interview mit ihm geführt und das auch aufgezeichnet, dann irgendwie auf Twitch hochgeladen, aber das ist, äh, ist jetzt irgendwie schon wieder verschwunden, weil Twitch ja nicht so die Videos so lange speichert, also das ist ganz komisch. Auf jeden Fall, es gibt ein, ein vollständiges Transkript dieses Interviews und was jetzt so bemerkenswert oder der Nachrichtenwert daran ist, ist, dass er sehr offen darüber spricht, ähm, was er an anderen Firmen kritisieren würde, generell, was er an der Raumfahrtindustrie kritisiert und was, ja, seiner Meinung nach SpaceX daran besser gemacht hat. Jo. Und so da, die Hauptaussage ist halt, dass bevor SpaceX da war, war das halt alles ziemlich aufgeblasen, ähm, er vergleicht das so, also es gab halt diese, diese Teststände, also die Nase und auch andere Firmen haben ja Raketentriebwerksteststände und für jeden Test werden da so 100 Leute gebraucht, äh, oder, äh, angeblich gebraucht, die dann das ganze System fahren und SpaceX hat das dann geschafft, mit 5 bis 10 Leuten den gleichen Test zu vollziehen, weil im Grunde alles automatisch läuft. Ich fand das gut, ich fand das gut, wie der das beschrieben hat, äh, bei dem Teststand waren 100 Leute beschäftigt, davon zwei Köche. Ja, äh, und, ähm, wir hatten das ja auch schon öfters hier im Podcast, wo du meintest, ja, das war halt jahrelang so, das geht halt nicht einfach nicht günstiger oder das ist halt so und dann kam halt SpaceX und erzählt halt, äh, viel darüber, dass Elon halt, Elon Musk halt wollte, ja, wir setzen halt gleich am Anfang alles darauf, möglichst günstig zu sein, möglichst, äh, möglichst, äh, effizient zu arbeiten und dadurch die Preise halt, äh, zu drücken und, äh, es hat sich auch dadurch gezeigt, dass jetzt alle anderen auf einmal auch günstiger geworden sind, also, ähm, äh, äh, ja, also, er unterstellt das so, dass, äh, ohne SpaceX, ähm, die ULA nie, äh, auf die Idee gekommen wäre, von Blue Origin das neue Triebwerk zu kaufen, oder dass die, äh, dass die ESA jetzt so schnell auf die Entwicklung der Ariane 6 gekommen ist, also, er schreibt das so, sich so ein bisschen quasi SpaceX zu, wo ich, ja, schon mal, ich kann nicht, ich kann es ihm nicht verdenken. Genau, also, er, ich kann es ihm echt nicht verdenken und, äh, es sieht sehr danach aus, also, ich, wie gesagt, also, äh, die ULA, äh, die ESA, die JAXA, alle drei haben irgendwie im gleichen Jahr plötzlich beschlossen, dass sie in Zukunft nur noch die halben Startkosten haben. Äh, 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 und du kannst mir nicht sagen, dass das mit SpaceX nichts zu tun hatte. Das ist sehr, also, äh, ich, ich denke, da, da, da schmückt er sich schon mit den eigenen Federn. Das ist schon okay. Ja. Ähm, also fangen wir mal von oben an. Er fängt so ein bisschen, also, sie, sie sagen ihm halt, ja, irgendwie hast du irgendwas vorbereitet und er hat halt anscheinend schon sich, ähm, also, es ist weniger ein Interview, sondern er hält eigentlich einen ziemlich langen Vortrag und am Schluss fragen sie dann, eh, noch ein paar, ja, meiner, meiner Meinung nach ein paar sehr unwichtige Fragen, ähm, aber so, er fängt halt damit an, so, was ist die Idee hinter SpaceX, was auch ganz interessant ist, äh, sie meinten halt, also, muss ich vorstellen, äh, vor SpaceX, äh, niemand ist darauf gekommen, äh, Raketen nochmal zu verwenden. Die wurden halt jahrelang oder Jahrzehnte nur auf Einmalverwendung ausgerichtet, was auch ziemlich spannend ist für Ingenieure, weil wenn man so ein Ding nur einmal verwenden muss, dann kann man da technisch gesehen schon ziemlich an die Grenzen gehen. Also, sagen wir mal, in der Praxis hat man es dann so gehalten, im Wesentlichen, weil man halt das Space Shuttle entwickelt hatte und, äh, furchtbar enttäuscht war und, äh, gebrannte Kinder und dafür niemand mehr Geld hinlegen wollte. Genau. Er vergleicht das so ein bisschen, was ich auch einen schönen Vergleich finde, also es gibt hier, er nennt es Top Fuel Dragster, ähm, sind halt so Renn-, Einmal-Renn-Autos sozusagen, die halt, äh, also diese Geschwindigkeitsrekorder aufstellen und dann halt weggeworfen werden sozusagen, ähm, und dann, äh, dann quasi das Gegenstück. Wie früher in der Formel, wie früher in der Formel 1, wo man teilweise, äh, in den Motoren die Kolben aus Plastik gebaut hat, weil sie leichter sind. Ja. Fürs Qualifying, also, ne, irgendwie eine schnelle Runde und dann nächster Motor oder so. Und dann, ähm, im Vergleich dann das Family Auto, also das Familienauto, was halt, äh, tausende von Kilometern fährt, ähm, aber nicht besonders schnell, äh, oder, oder leistungsfähig ist. Und, äh, genau, SpaceX wollte dann sozusagen ein, äh, Top Fuel Dragster bauen, was man so benutzen kann wie ein Familienauto. Also, sehr effizient, sehr stark, aber, äh, wieder benutzbar. Und, äh, genau, geht dann auf die Entwicklung der Merlin Engine ein, ähm, und, äh, was ja auch nochmal so eine Praktik von SpaceX ist, dass sie halt alles in-house machen und erklärt auch, warum sie das machen, weil, ähm, alles, was man halt für die Raumfahrt produziert, ist halt alles dreifach so teuer oder, oder zehnfach oder hundertfach so teuer. Sie haben dann angefangen, wollten sie die Preise für, äh, für solche. Es gab da mal, es gab da mal so ein, äh, so eine Story, dass, die wurde auch von Elon Musk erzählt, ähm, dass die irgendwie einen Aktuator brauchten, äh, und die sind dann halt losgezogen und haben sich Angebote eingeholt. Und da hieß es dann, ja, können wir ihn machen, kostet sowas um die hunderttausend Dollar oder noch ein bisschen mehr. Und dann hat der halt gesagt, das ist ein Teil, das ist ungefähr so kompliziert wie ein Garagentoröffner. Und hat dann gesagt, äh, ich, ich, äh, ich übergebe das jetzt mal einem unserer Ingenieure und der hat's dann irgendwie für dreitausend Dollar oder so entwickelt. Also, es ist, äh, ja, ne? Ja, genau. Und, äh, genau, es ging dann halt um die, wie sagt man, Wolves, also, wie heißt es? Äh, äh, Ventile. Ventile, ähm, und dann hieß es, ja, die kosten so und so viel. Und dann hieß es, haben sie halt gesagt, nee, wir brauchen die günstiger. Und dann brauchten sie erst mal drei Monate, bis sie überhaupt einen Preis, äh, Kostenvoranschlag dafür hatten. Und dann meinten sie, ja, wenn die erst mal drei Monate brauchen, bis, um uns zu sagen, wie viel das kostet, wie lange brauchen sie dann überhaupt, um das günstig zu entwickeln. Und dann haben sie es lieber in-house entwickelt. Ja, das war halt, war halt normal, irgendwie normal so in der Branche oder ist es teilweise auch noch. Und ich meine, wenn du dir anschaust, wie lange die brauchen für irgendwelche Entwicklungen, ich meine, wie kommt das zustande, ne? Ja, und, ähm, genau, redet dann noch weiter, wo ich dann so ein bisschen kritisch werde, also, da kann ich noch mit seinen Aussagen mitgehen und ich finde das auch ganz interessant, dass er so ein bisschen die Hintergründe von SpaceX erklärt. Und, also, man redet ja zu letzter Zeit ganz viel von so Disruption, irgendwie, man muss den Markt disrupten, ist ja so ein Start-up Silicon Valley Begriff. Aber SpaceX hat das halt wirklich für die, für die Raumfahrt, ähm, äh, Wirtschaft gemacht. Also, da hat man deutlich gemerkt, nachdem die halt groß geworden sind und die sind ja mittlerweile, glaub, äh, SpaceX gibt's offiziell seit 2001, 2002. 2002, ja. Und, ähm, jetzt, nachdem, nachdem sie halt jetzt groß geworden sind, haben halt alle anderen, wie du schon gesagt hast, sich genau in diese Richtung bewegt, obwohl es vorher hieß, das geht nicht günstiger, es geht nicht, man kann keine Raketen wiederverwenden. Und jetzt hat ja jeder irgendwie seine ... Stimmt so nicht ganz, also, äh, wie gesagt, also, das, das Thema gab es lange Zeit, aber, äh, im Prinzip wurden, also, und damit haben sich auch sehr, eigentlich sehr seriöse Leute auseinandergesetzt, die da auch sehr vernünftige, äh, sehr vernünftige Argumente gebracht haben. Aber, äh, man hat halt gesagt, ja, nein, der, die Mehrzahl der Experten ist sich einig, das geht nicht. Das müssen Spinner sein. Ja. Ähm, wo ich dann so ein bisschen kritisch werde, ist, wenn da halt darum geht, was so die Anwendung des Interplanetary Transport Systems ist, dann redet halt wieder von Helium-3 und Weltraummining. Und, äh, da sind wir uns ja einig, dass das, äh, nicht so die Zukunft sein wird, wie man sich das so vorstellt. Das ist einfach, ja, also, äh, eines fernen Tages, wenn man sagt, okay, wir wollen irgendwie Asteroiden besiedeln, dann, äh, wird das wichtig werden, dass man daraus tatsächlich, äh, äh, dass man da irgendwie Wasser rausholt, um das als, äh, als Treibstoff zu benutzen. Aber, äh, ey, kommt mal. Kommt mal alle ein Stück runter. Äh, das wird nicht die Revolution in der Raumfahrt sein. Ähm, kann auch sein, dass man das auf Mars macht, klar. Äh, aber, äh, es ist nicht, äh, zu sehen, dass irgendwer sagt, wir fangen an Asteroiden, äh, aus Asteroiden, äh, Treibstoff zu gewinnen, um damit Satelliten im Erdorbit irgendwie, äh, zu versorgen. Es ist auch nicht zu sehen, dass man, ähm, irgendwie anfängt, Asteroiden, die ganz weit weg sind, äh, da Rohstoffe, äh, rauszuholen, um damit, um damit irgendwie Satelliten zu bauen, weil, äh, das alles auf der Erde zu machen, ist so unendlich viel leichter. Und so, so unendlich viel weniger Aufwand, äh, damit verbunden. Also, wie gesagt, irgendwie eines fernen Tages vielleicht, wenn irgendwie alles von Robotern komplett gemacht werden kann, ja, aber nicht in den nächsten 100 Jahren. Kann natürlich sein, dass ich mich da irre, aber dann, äh, ist das halt eine positive Überraschung. Aber, ja, sorry. Also, die, die, äh, 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 ich sage mal, ähm, die, der Aufwand, äh, wird immer da sein, es wird immer ein zusätzlicher Aufwand sein, äh, so was wie Rohstoffe im Weltraum irgendwie von Asteroiden runterzuholen, äh, im Vergleich zu, das einfach auf der Erde zu machen. Weil wir haben hier jede Menge Zeug. Auch jede Menge Platin, auch jede Menge Gold, äh, nicht zu vergleichen mit dem, was irgendwie auf Asteroiden ist oder so. Ähm, und wenn man irgendwie auf den Stand der Technik kommt, dass man das Ganze, äh, super billig, äh, weit weg, äh, auf irgendwelchen Asteroiden machen kann, dann kann man das auch sehr billig hier unter der Erde, auf der Erde machen. Sehr viel billiger noch dazu als da oben. Ja, genau. Hatten wir auch schon öfters hier erklärt. Ja. Ja, sorry, das ist so der, der Standard-Rant, der dann einfach raus muss. Ja. Ja. Irgendwie so, bedingter Reflex, so Pavlovsch, ne? Ja, ähm, was noch so ein bisschen Pavlovsch und Nerd-Reflex. Technisch, ähm, interessant ist, sie wollen jetzt in der Falcon 9 Block 5, ähm, nicht mehr, oder auch, ähm, wiederverwendbare Hitzeschutz, äh, Systeme einbauen. Ja. Ähm, was dann auch nochmal quasi die Wiederverwendbarkeit dieser ganzen Rakierte erhöht. Ja, hat man ja auch bei den Gitterflossen gesehen. Also, die, äh, wurden ja doch schon sehr lädiert, äh, bei einem der letzten Flüge, wo man halt einen sehr, äh, einen sehr schweren Satelliten, äh, in GTO gebracht hat. Und, äh, ja, da hat man dann auch gesagt, okay, in Zukunft machen wir das Ganze aus Titan und nicht mehr aus Aluminium, damit uns die Dinger nicht verbrennen. Ja, genau. Ähm, ähm, und, äh, ja, ich meine, äh, man sieht's ja auch, also, wenn das, äh, wenn die Raketenstufe eintritt, ähm, wird die ja praktisch schwarz, äh, einfach durch die Hitze. Und, äh, das ist wirklich die Hitze, also, hatten, ja, halt klar, hat man in den Gitterflossen alleine schon gesehen, hatte man auch schon bei den viel kleineren Geschwindigkeiten bei Blue Origin gesehen. Äh, äh, in New Shepard, äh, gab's, gibt's ja so ein Video, das so, ähm, von der Rakete aus, äh, aufgenommen wurde. Und ich meine, die fliegt ja bloß auf 100 Meter hoch, auf 100 Kilometer hoch. Und, äh, erreicht, ich weiß nicht, Mach 2 oder Mach 3 oder so. Und da brutzelt's halt auch schon die Farbe weg. Ähm, ja. Und umso besser der, der Hitzeschutz wird, umso weniger Treibstoff brauchen die halt auch, um abzubremsen. Okay. Ja. Ähm, meine Frage ist jetzt, was so ein bisschen, also, ich hatte es schon angedeutet, ich geh mit viel mit, was er da sagt, aber, äh, uns wird ja so ein bisschen vorgeworfen, dass wir so ein bisschen SpaceX-Fanboys sind, und das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Aber ich würde doch noch mal ein bisschen mit dem kritischen Auge darauf schauen, weil, äh, also, ich kann schon verstehen, von wo er kommt, aber da ist auch ganz viel drin, was einfach so ein bisschen Bullshit ist. Also, ich, ich glaube nicht, dass SpaceX im Alleingang die Weltraum, ähm, äh, Weltraumwirtschaft, wie nennt man das, äh, Raketenbauwirtschaft, umgekrempelt hat. Natürlich hatten sie einen großen Einfluss, aber vielleicht ist es noch mal wichtig zu sagen, dass auch solche Sachen wie Blue Origin, ähm, oder, also, die auch ein bisschen davon herkommen, aber SpaceX ist nicht so der, der das alles umgekrempelt hat, und jetzt machen alle genau das, was SpaceX macht, sondern, ähm, es sind ja auch noch andere Ideen im Umlauf. Ja, aber es, äh, die hatten schon einen sehr großen Einfluss, weil, ähm, du darfst nicht vergessen, also, ist, die, die sind ja bei, bei weitem nicht die allerersten Privaten gewesen, die Raumfahrt machen wollten, äh, aber sie waren die allerersten, die erfolgreich dabei waren. Und, äh, das, das darf man wirklich nicht unterschätzen, also, äh, ähm, ähm, private Raumfahrt war halt, und, und ist für viele ja bis heute, oder bis vor kurzem zumindest, äh, war es halt, war private Raumfahrt halt wirklich so irgendwie etwas, über das man lachen kann. Und, äh, denen ist das Lachen inzwischen langsam echt vergangen. Äh, also, ich, ich kann mich erinnern, als ich letztes Jahr auf der Internationalen Luftfahrtausstellung war, wo halt auch Raumfahrt, äh, mit dabei war, da war man halt immer noch so ein bisschen, äh, ein bisschen so, gab's da diese Arroganz, äh, gegen, dem gegenüber, wenn man halt so gesagt hat, ja, die, äh, ja, Raumfahrt ist halt, ist halt ein reines Regierungsgeschäft, das ist ein staatliches Geschäft, das hat mit, äh, äh, das, das hat mit, äh, mit Privaten nichts zu tun, und, äh, davon ist man, glaube ich, jetzt langsam, aber sicher wird man davon weggedrängt. Ähm, äh, weil, wie gesagt, also, es gab jede Menge Ansätze von privaten Leuten, und, äh, die sind alle zusammen gescheitert gewesen, und das hat halt dazu, dazu geführt, dass halt, äh, ja, halt so gebranntes Kind scheut das Feuer, ne, also, die haben halt kein Geld gekriegt und, äh, keine Finanzierung gekriegt, auch wenn sie sehr vernünftige Ideen teilweise hatten, weil das, was aus der Regierung kommt, ist auch nicht unbedingt, alles sind vernünftige, sind auch nicht unbedingt, äh, vernünftige Ideen gewesen. Also, vieles schon, klar, sehr vieles, aber, ähm, äh, es ist halt immer so, wenn du irgendwie bestimmte Organisationen hast, die sich dann, und die, die schießen sich halt dann auf bestimmte Konzepte ein, und manchmal brauchst du dann halt irgendwie von außen jemanden, der halt, äh, äh, frisches, also frische Ideen da irgendwie reinbringt. Und das hat SpaceX halt wirklich getan. Ähm, halt alleine schon, um zu zeigen halt, okay, äh, man kann eine Rakete tatsächlich landen lassen, äh, und man kann das halbwegs wirtschaftlich machen lassen, äh, waren auch nicht die Ersten, die das entwickelt haben, äh, es gab ja diese DCX zum Beispiel, äh, was halt genau, ja, genau das war, ne, ne, eine Rakete, die hochfliegt und mit, äh, Raketentriebwerken wieder landet. Ähm, aber SpaceX hat halt die Möglichkeiten gehabt, das Ganze tatsächlich durchzuziehen. Und, äh, vor allen Dingen haben die, äh, gezeigt, dass das Ganze mit, äh, sehr viel kleineren Geldeinsatz geht, als das, äh, bisher üblich war. Und, äh, dass es halt überhaupt möglich ist. Und klar hatten die sehr viel Hilfe von der NASA. Und ohne die Hilfe wäre es auch nicht gegangen. Äh, keine Frage, auch technische Hilfe und so weiter. Aber ich sag dann immer dazu, ja, äh, klar wäre es ohne die nicht gegangen, aber warum hat es die NASA nicht selber gemacht? Naja, vielleicht braucht man einfach so ein bisschen frischen Input von außen, also so, so. Naja, das, das ist halt der Punkt, aber das ist halt das, was, äh, was SpaceX gemacht hat. Und die haben halt nicht nur Ideen angegeben, sondern die haben es halt auch umgesetzt. Und, äh, äh, so eine konkrete Umsetzung, äh, ist etwas, mit dem man nicht mehr streiten kann. Weißt du, mit einer Idee kannst du immer streiten, aber, aber wenn die Rakete halt gelandet ist und wieder geflogen ist, äh, es, es, es fällt dann immer schwerer, ne? Nee, nee, ich wollte das jetzt nur ein bisschen kritisch diskutieren. Also, äh, nee, also, äh, die Kritik, also es ist halt, äh, wie gesagt, da, da haben viele mitgespielt, viele andere auch mit. Ich meine, äh, Tom Müller selber, hallo, äh, der hat ja, halt bei Northrop Grumman hat der halt das Handwerkszeug gelernt, äh, der hat halt dort die Entwicklungsarbeit mitgemacht von den diversen Triebwerken. Äh, die Technik, die ganze Technologie kam von da, äh, das Merlin-Triebwerk basiert auf der Fast-Track-Engine, also, äh, was eine Idee war von der NASA, dass man halt mal ein billiges Triebwerk baut und damit, äh, billige Raketen baut. Also, das ist halt der Punkt, ne? Äh, SpaceX hat's umgesetzt, die NASA hat's eingestellt. Ja. Aber, ne, wir, also, die, die NASA sind ja viele verschiedene Firmen, die daran beteiligt sind, die ja immer noch, auch Innovationen liefern, also, äh, Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, also, ist es, die NASA entwickelt ja seltenst eigene Sachen in-house, sondern die geben auch nur Aufträge ab. Ja. Ja. Und, also, SpaceX hat ja auch Aufträge von der NASA bekommen. Also, wenn man sagt, die NASA macht irgendwas, dann sind das meistens irgendwelche Firmen, wie zum Beispiel SpaceX. Ja. 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 Und ohne, die wäre es auch nicht gegangen. Genau. Und ich bin auch nicht hier zu jemand, also, es gibt ja, also, gerade bei dieser Mondgeschichte waren ja viele Leute sehr von wegen, ja, die haben noch nicht mal die Rakete dafür, äh, wie sollen sie es machen? Aber sie haben jetzt halt schon oft bewiesen, dass sie halt so Dinge machen können. Ja. Guck dir John F. Kennedy an. Der hat, äh, 62 gesagt, wir bringen einen Mann zum Mond. Ja, gut. Und sicher wieder zurück zur Erde. Und da war von der Rakete noch nichts zu sehen. Äh, die haben dann erst mal das Gemini-Projekt aufge, aufgelegt, um zu testen, ob Menschen überhaupt so lange im Weltall bleiben können. Und, äh, dann noch das Apollo-Programm halt mit noch ein paar Testflügen, um zu schauen, ob das alles so geht. Haben dafür noch eine kleinere Rakete, äh, gebaut und dann erst die große. Also, so weit wechseln ich noch nicht. Ja. Also, es hat schon gewagtere Aussagen in der Vergangenheit gegeben, wollte ich damit bloß sagen. Genau. Ähm, gut. Völlig unberechtigt ist die Kritik dagegen allerdings auch nicht. Also, äh, wie gesagt, ähm, Falcon Heavy ist noch nie geflogen. Die muss jetzt auch erst fliegen. Und, äh, die ersten bemannten Flüge wurden gerade, glaub ich, verschoben. Auf nächstes Jahr im März und nicht mehr dieses Jahr. Und, äh, ja. Also, Kritik ist dadurch ausangebracht, äh, an den, an den Plänen, an dem derzeitigen Zeitplan für den Flug zum Mond. Und ich glaub, die werden das auch nicht unbedingt halten können. Also, völlig, völlig unberechtigt ist die Kritik nicht. Äh, aber ich, ich geh davon aus, dass SpaceX, äh, lieber den Zeitplan fliegen lässt, als, äh, die Rakete, wenn sie nicht sicher ist. Ja. Äh, äh, apropos Raketen fliegen lassen. Äh, nächstes Thema, äh, äh, oder nächstes SpaceX-Thema. Ähm, äh, es war ja schon oft angekündigt, die letzten Jahre, äh, die, die Startfrequenz von SpaceX, äh, sollte sich ja auf, äh, eine Rakete alle zwei Wochen, äh, konzentrieren. Ja. Und dann kamen immer so kleine Probleme wie explodierte Raketen nach oder auch vor dem Start dazu, was diese ganze Sache verzögert hat. Aber, ähm, SpaceX, äh, hat jetzt wieder für die nächsten zwei, zwei Monate, also für die nächsten acht Wochen sind, äh, acht Raketen angesetzt. Nicht weniger als acht Raketen sind. Also, es sind neun Wochen. Genau, neun Wochen und acht Raketen. Oder, naja, also, Moment, Moment. Also, wenn wir jetzt von heute ausgehen, oder wenn wir vom letzten Start ausgehen, äh, sind, äh, ich glaub, fast elf Wochen. Elf Wochen. Aber es sind acht Raketen in der Zeit. Genau, also der nächste Start ist dann am 1. Juni mit, äh, CAS 11, dann 15. Juni, äh, 29. Juni, ähm, 22, nee, das kann nicht, Late July, genau, es gibt noch ein paar, wo die Termine nicht verstehen. Auf jeden Fall, ähm, ja, sportlich. Und, ich weiß nicht, so gefühlt, äh, sind sie jetzt schon mal erfolgreicher als die letzten Jahre. Also, gefühlt müsste jetzt schon eine Rakete explodiert sein, um da, äh, schau ich mal kurz nach. Ich weiß nicht, äh, die sind, also, sie sind nicht so viel weitergekommen. Noch, äh, ich glaub, noch nicht. Ähm, wie viel haben sie jetzt in Folge gehabt? Nee, nee, so viele haben sie noch nicht in Folge gehabt. Gucken mal, das sind, das sind fünf, das sind sechs in Folge, die bis jetzt erfolgreich waren. Und da hatten die schon deutlich mehr. Ja, okay. Aber, äh, du hast das Thema reingenommen. Warum wolltest du drüber reden? Ähm, ich wollte drüber reden, weil, äh, weil, äh, die das halt sehr oft schon angekündigt haben. Es gab immer wieder Probleme dabei, die, äh, die Startfrequenz dann entsprechend zu verkürzen. Und, ähm, ja, wenn man dann hinterher anfängt, darüber zu diskutieren, ähm, dann ist das nicht mehr so schön, wie man das schon vorher sagt. Also, ich, ich will hier den, den, äh, den Orakelbonus für mich beanspruchen. Ach so. Im Sinne von, ich hab's doch gesagt. Ja, aber gibt's einen Anlass dazu? Oder bist du zwar in beide Richtungen? Pessimistisch ange, ange, eingestellt? Ich, ich bin nicht, nee, ich bin nicht wirklich pessimistisch eingestellt. Ich, ich, es ist mir halt bloß einfach aufgefallen, ne? Es haben, es ist mir halt wirklich aufgefallen, oh, hoppla, äh, acht Raketen, äh, in, äh, zwischen, von 1. Juni bis 1. August, acht Raketen, das ist ganz schön viel. Ähm, und ich bin gespannt, ob das klappt. Ich bin einfach wirklich, wirklich ernsthaft gespannt, ob das klappen kann. Äh, okay, wahrscheinlich irgendwie mit ein paar Verzögerungen, wie es halt so üblich ist, ne? So um ein, zwei Wochen oder so. Ähm, aber so langsam müssen die, äh, müssen die das tatsächlich erreichen, weil, äh, ja, die haben halt entsprechend viele Satelliten so oft, äh, auf der Liste, die irgendwie gestartet werden müssen. Die haben ganz schön viel Backlog von der Verzögerung, von den Verzögerungen, äh, durch, halt, durch die explodierten Raketen letzten Endes. Und, äh, ja, kurz und knapp, die müssen jetzt langsam mal zu Botte kommen. Hier tun sie ja. Ja, tun sie. Und, äh, wird Zeit und, äh, jetzt müssen wir ein bisschen hoffen, dass das klappt. Das ist ein bisschen, das ist jetzt tatsächlich so ein bisschen SpaceX-Fan, ne? Also wir müssen hoffen, dass das klappt. Oder, äh, objektiver gesagt, äh, wir müssen jetzt mal anschauen, ob das klappt oder nicht. Genau. Also so ein bisschen Auge drauf behalten auch für die Hörer. Genau. Das war ein bisschen weiß. Schaut mal, ob in der nächsten Zeit eine Rakete explodiert. Ich meine, klar, das hört er dann sowieso von uns. Aber, ähm, ja, wie gesagt, äh, äh, man hatte immer so das Gefühl, ähm, es fängt bei SpaceX an, ein bisschen, sobald, sobald bei SpaceX so, äh, die Routine Einkehr hält, äh, kommt so ein bisschen der Schlendrian rein. Das war immer so das Gefühl. Weißt du? Äh, äh, die, der vierte Start zum Beispiel, ähm, von der Falcon 9 Rakete war halt auch, äh, gab's dann halt den ersten Triebwerksausfall, was halt auch so war, naja, die ersten drei haben funktioniert, läuft ja, und, äh, das Modell, es war der vorletzte Flug von dem Modell, ne? Man hatte so das Gefühl, naja, irgendwie so, vielleicht waren sie nicht mehr ganz bei der Sache und schon bei der, bei der nächsten Rakete, ne? Und, äh, so ähnlich war's dann halt auch, ähm, so ähnlich war's dann halt auch bei, bei CRS 7, als die Rakete explodiert ist beim Flug. Und, äh, halt schon angekündigt war, okay, Version 1.1 kommt bald und das Merlin 1D-Triebwerk ist fertig entwickelt und so weiter und so weiter. Das war ja alles schon in Diskussion gewesen. Ähm, und dann explodiert das Ding, ne? Und, äh, ja, dann hattest du halt den unterkühlten Treibstoff, das hat ein paar Mal geklappt und dann hatte man so ein bisschen schon das Gefühl gehabt, jo, läuft ja, und plötzlich kabum. Und, äh, ja, wie gesagt, es ist halt so, äh, klar, das sind halt, äh, die, die üblichen Kinderkrankheiten, die jede Firma hat. Und die NASA hat damit ihre Probleme gehabt, äh, die ESA hat damit auch ihre Probleme gehabt, ähm, äh, wir dürfen nicht vergessen, äh, die Falcon 9-Rakete hat jetzt immerhin 34 Raketen, 34, äh, nutzt, also 35 Nutzlasten gehabt. Äh, zwei davon wurden zerstört. Und, äh, die Ariane 5-Rakete zum Beispiel hatte zu dem Zeitpunkt schon, äh, ja, letzten Endes zwei komplett zerstörte Nutzlasten und zwei, die in falsche Ohrwitz ausgesetzt wurden. Also, es ist relativ normal, dass man Kinderkrankheiten hat, aber da muss man dann halt auch irgendwann mal rauskommen. Und SpaceX ist halt jetzt wirklich so an dem Punkt, wo man sagen kann, äh, Leute, kommt mal zu Potte und, äh, äh, seht mal zu, äh, dass sowas nicht mehr passiert. Okay. Das ist einfach der Punkt jetzt. Apropos, äh, Explosion, äh, Blue Origin hatte einen kleinen, ja, einen kleinen Zwischenfall auf ihrem Teststand, ähm, sie haben was genau verloren? Äh, eine, eines ihrer BE4-Triebwerke hatte da ein Problem mit dem Powerpack, also letzten Endes, äh, den, den Pumpen, den Turbopumpen, mit denen ja der Treibstoff in das, äh, Triebwerk gepumpt wird. Äh, was genau da passiert ist, ähm, hat man nicht, äh, hat man irgend, hab ich zumindest nicht erfahren. Äh, kann sein, dass da irgendwo Quellen gibt dazu. Äh, ich hab zumindest keine gefunden. Äh, ja. Ja, wie gesagt, also allzu viel ist nicht bekannt. Ähm, der Punkt ist aber, die meinten, ja, es ist halt normal und wir, wir hatten, äh, unsere Entwicklung sollte von Anfang an Hardware-Rich sein. Also viel Hardware. Ähm, ja, äh, wie gesagt, viel mehr ist nicht bekannt. Ähm, äh, dafür, dass das, äh, Triebwerk jetzt eigentlich ausgereift sein soll und ich glaub, das dritte oder vierte wurde, soll jetzt demnächst ausgeliefert werden. Äh, das ist natürlich trotzdem so ein Geschmack. Ein gewisses Geschmäckler hat's, ne? Eigentlich sollte sowas an der, an dem Punkt der Entwicklung, äh, fast schon nicht mehr passieren. Es ist halt eine Frage, was für, was für Testbedingungen die hatten, aber, äh, die sagen halt nix, ne? Und deswegen kann man jetzt nicht sagen, okay, äh, war das, war das jetzt doch, war das jetzt doch irgendwie, äh, 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 gibt's jetzt ein ernsthaftes Problem mit dem Triebwerk? Äh, also deutet dieser Test darauf hin, dass das Triebwerk ein ernsthaftes Problem hat, weil, äh, wir erinnern uns an das NK-33-Triebwerk von der Antares-Rakete. Das hatte ja auch die ein oder andere Explosion auf dem Teststand gehabt. Ähm, deutet das auf solche ernsthaften Probleme hin oder ist das einfach bloß, äh, ja, man hat einen speziellen Test gefahren und hat festgestellt, okay, äh, hier ist die Grenze. Wer weiß, irgendwie, äh, ich weiß es nicht, also die Tatsache, dass man nichts in der Richtung verlautbaren hat, verlauten lassen hat, äh, äh, deutet vielleicht darauf hin, aber das ist jetzt pure Spekulation, also komplett, äh, das ist vielleicht doch nicht so geplant, äh, also dass man vielleicht doch nicht so sehr gerechnet damit hat, dass da ein Triebwerk gleich kaputt gehen kann. Vor allen Dingen, weil der Teststand halt komplett kaputt gegangen ist und, äh, ja, das ist meistens etwas, das man eher vermeiden möchte. Mhm, okay. Ähm, noch was zu dem, zu dem Blue Origin-Thema, sonst würde ich zur NASA weitergehen. Ja, mach mal die NASA. Genau, äh, da haben wir zwei Sachen. Einmal, ähm, es war ja so das Gerücht im Raum, ähm, äh, dass, äh, die NASA sich dafür entscheiden will, dass beim Erstflug der, äh, des SLS, der Exploration Mission One, ähm, äh, eine Besatzung an Bord ist und da haben sie sich jetzt doch dagegen entschieden. Naja, ich glaub, die, es hieß nicht, dass sie sich dafür entscheiden wollen, sondern es hieß, dass sie sich, dass sie das untersuchen lassen sollen. Glaube ich. Ja, was ja heißen würde, sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Ja. Ne, auf jeden Fall war es schon so weit, ähm, dass ich auf Twitter irgendwie gelesen hab, ja, als offenes Geheimnis, dass sie sich quasi, dass sie das positiv bewerten werden, also, je nachdem, also sagen, das ist möglich und das machen wir. Ähm, auch so, also hier vom NASA Space Flight Forum, der, der Chris, der hatte schon irgendwie getwittert, ähm, aber dann bei der eigentlichen Pressekonferenz, vielleicht ist auch ein gutes Lehrstück, sich nicht immer auf Gerüchte zu verlassen. Hieß es, ähm, ja, nee, wir machen das doch nicht, weil es natürlich zu teuer ist, also nochmal das ganze Raumschiff auf, äh, auf menschliches, auf menschliche Besatzung auszulegen. Ähm. Weil der Start sowieso schon, äh, verzögert ist auf 2019. Genau, und es wird es ja dann nochmal verzögern und auch ist auch einfach zu riskant, also ist einfach ein, meinte ja schon der, äh, der, äh, Thomas Reiter, das ist, äh, das ist gar nicht drauf ausgelegt, bei der Planung hätte man da doch mal ganz andere Sachen. Beachten müssen, ähm, beim Bau, äh, des Orion-Raumschiffes und, ähm, wäre einfach, einfach ein viel zu großes nochmal Unterfangen gewesen, weil ein Projekt war es sowieso schon, äh, um sich um Jahre und, und Millionen verzögert hat. Und die Verzögerung kam ja, äh, nicht nur durch die allgemeinen Verzögerungen, die man ja, äh, was ja hinter vorgehaltener Hand schon lange, äh, diskutiert wurde, äh, wo man halt gesagt hat, ja, also man hat einen Zeitplan und, äh, theoretisch ist man noch innerhalb des Zeitplans, aber alle Reserven, die man halt eingeplant hatte, die man fix eingeplant hatten, wurden halt so Stück und, so Stück für Stück immer weiter aufgebraucht und, äh, jetzt bei der, am Ende der Obama-Administration, äh, war man halt an dem Punkt, dass man gesagt hat, also wenn jetzt alles perfekt läuft und nichts mehr schief geht, äh, dann kriegen wir es gerade noch hin, im Zeitplan zu bleiben. Problem ist, es ist alleine jetzt schon wieder was schiefgegangen. Und, äh, ja, was da passt, was passiert, also man, man hat halt, äh, man weiß noch nicht genau, wie man die Treibstofftanks von der SLS-Rakete bauen will, da gibt's immer noch so, äh, ein paar Unklarheiten, äh, was für ein Schweißverfahren benutzt man da und, äh, man baut deswegen halt auch Testtanks und von einem dieser Testtanks, äh, dem Sauerstofftank, äh, genau genommen, äh, ja, ist halt, äh, die Endkappe runtergefallen oder irgendwas ist auf die Endkappe draufgefallen, ich hab das nicht eruieren können. Äh, Punkt ist jedenfalls, das Ding ist put. Also hier steht, was, was droppt, also ist, äh, die Kappe an sich ist runtergefallen. Ja, und das ist unglaublich dünnes Material, muss ja sehr leicht sein, also es ist halt wirklich, äh, 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 man, man darf nicht vergessen, ähm, im Vergleich zu der Konstruktion eines, äh, äh, Treibstofftanks einer Rakete ist sowas wie eine Biodose ein unglaublich massives Teil, okay? Und, äh, wenn, äh, wenn so ein Ding, ohne dass es, äh, wenn, wenn so ein Ding irgendwo runterfällt, äh, noch dazu, wenn es nicht irgendwie Teil eines Tanks ist, äh, dann, ja, dann ist das einfach komplett zerdengelt und, äh, unrettbar kaputt. Ja. Genau. Und das muss jetzt halt, äh, das muss dann halt ersetzt werden, äh, beziehungsweise man muss halt sich überlegen, womit man dann, äh, den, äh, womit man dann testet, ähm, falls man sich entschließt zu sagen, okay, wir bauen diesen Testdank dann doch nicht. Ähm, dazu kamen ja noch die Probleme mit dem Tornado, der durch, äh, eine der, äh, äh, eine der, äh, Bauanlagen der NASA, äh, durchgeflogen, durchgejagt ist und dort einiges in Unordnung gebracht hat, äh, und, äh, für große Schäden gesorgt hat, die halt auch wieder zu ein paar Monaten Verzögerung gesorgt haben und so weiter und so weiter. Ähm, ja, naja, ähm, schauen wir mal, ob es 2019 wird oder 2020. Ähm, ja, also, äh, das ist natürlich dieser, dieser, dieser magische Knackpunkt, wenn es 2020 wäre, dann wäre das nicht mehr in der Dekade, in der das Projekt überhaupt angesetzt wurde. Ja, wird dann im 31, wird dann kurz vor Weihnachten oder kurz nach Weihnachten gestartet. Ist natürlich halt wie, also, Apollo hat halt geschafft, unter einer Dekade zu bleiben. Und zwar deutlich, also mit Abstand, also, ich meine, die waren ja, der hat ja noch richtig Platz. Oder nicht nur, wann war ein Gemini, wann haben die denn angefangen? Äh, war es nicht 65? 64? 65? Also, dieses gesamte, gesamte frühe Raumfahrtprogramm, gesamte bemannte Raumfahrtprogramm. Also, 62, also, 1962, äh, war das F1-Triebwerk schon lange in Entwicklung. Genau, Eukergarin war ja auch erst, war auch erst 62, äh, im Weltraum. 61. 61. Also, zum, also, zum Zeitvergleich, die haben das vom ersten bemannten Raumflug bis zur Mondlandung in unter zehn Jahren geschafft und, äh, wäre schon, äh, schon irgendwie ein bisschen peinlich, wenn sie nicht mal in zehn Jahren schaffen, eine neue Rakete generell zu entwickeln. Äh, eigentlich fing die Entwicklung doch an mit dem Constellation-Programm. Äh, nee, wie hieß das? Ja, doch, mit dem Constellation-Programm. Ja, gut, wenn man jetzt mal ganz strikt in den Programmen bleibt. Also, so viel wollen wir denen noch geben. Ja, also, der Unterschied zwischen der RS-5-Rakete und der, äh, und der SLS ist jetzt eher kosmetisch. Ja. Eins ist halt von Bush, was anderes von Obama. Ich glaube, das ist schon wichtig für die Leute dort in den USA. Ja. Ähm, jetzt ist SLS von Trump. Ja, genau. Ähm, also, das SLS, das ist auch noch so eine, so eine fragliche Sache. Hast du dieses Bild, äh, okay, wie, nein, nicht hast du dieses Bild, wie oft hast du dieses Bild gesehen von Trump in Saudi-Arabien, wo die, äh, um diesen Globus stehen und die Hand draufhalten? Ach, ganz oft in ganz verschiedenen Versionen im, also, gibt ja irgendwie so, auch noch mit dem, den da rumherstehenden Leuten, was es nicht viel besser macht. Überhaupt nicht, also. Also, dieses Foto ist halt aus jeder erdenklichen Richtung unverteilhaft. Ja. Oh Gott. Ja, also, das, äh, könnte ein ikonisches Bild werden, äh, vom Jahr 2015. Äh, also, das, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass, das Bild wird man, äh, Ende dieses Jahres bei den Jahresrückblicken dann so im Dezember, so Mitte Dezember, wenn dann die Jahresrückblicke, das war unser Jahr und so, äh, das wird man da sehen, schätze ich mal. Und ich hoffe, dass der Anlass dafür nicht allzu schlimm wird. Oder nicht, nicht, nicht zu schlimm. Jo. Ah, jo. Ähm. Ähm. Erfreulicheres, äh. Ja, erfreulichere Sachen, äh, Kourou hatten wir ja schon letztes Mal, äh, mit dem ersten Start nach dem langen Streik von einer Rajane 5 und jetzt flog auch wieder eine Sayus, äh, aus Kourou heraus. Haben natürlich jetzt einiges aufzuholen. Mit SES 15, glaube ich. Äh, habe ich jetzt nicht hier stehen. SES irgendwas, was jedenfalls. Hier steht auch was mit Fregat versus, äh, Britz. Ja, ähm, also, äh, okay, das hätte ich nochmal nachschauen müssen, ähm, Fregat und Britz. Die, die Oberstufen von den Russen, die werde ich mir irgendwann mal vorknöpfen, ich hatte nicht mehr die Zeit gehabt. Ähm, es gibt jeden, äh, jedenfalls ist es so, dass die Fregat-Oberstufe ursprünglich, glaube ich, für die, ähm, für die Fobos-Mission gedacht ist, gedacht war, ähm, also letzten Endes in der Raumsonde war, die man dann halt umgebaut hat zur Oberstufe, sodass man die etwas universeller, äh, benutzen konnte. Und die Britz-Oberstufe kommt wohl von, ist wohl irgendwie adaptiert von irgendeiner Interkontinental-Rakete, die eigentlich, äh, äh, Atombomben tragen sollte. Ja, wie, äh, vieles. Ja, äh, und ich verwechsel die halt, halt andauernd, und, äh, in dem Fall hatte ich sie auch mal wieder verwechselt gehabt. Okay. Ähm, der Punkt ist jedenfalls, äh, SES-15, und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der Satellit war, äh, wiegt irgendwie sowas wie 2,3 Tonnen. Ähm, und die Soyuz-Rakete kann von Kourou aus, äh, über 3 Tonnen eigentlich tragen, in ein GTO. Mhm. Und folglich ist es dazu gekommen, äh, dass die Rakete nicht in den GTO geflogen ist, sondern in ein GTO-Plus-Orbit. Was heißt das? Ähm, naja, die Rakete ist, äh, also normaler GTO-Orbit hat halt sowas wie, äh, höchster Punkt 36.000 Kilometer, also die Höhe vom geostationären Orbit, und tiefster Punkt so knapp über der Erdatmosphäre. Was man hier gemacht hat, man hat genau diesen Orbit erstmal eingeschwenkt, und, äh, dann hat man aber nicht gleich den, äh, nicht gleich den Satelliten freigesetzt, sondern, äh, okay, nee, äh, man hat nicht diesen Orbit eingeschwenkt, man hat einen etwas niedrigeren Orbit eingeschwenkt, auf, äh, 31.000 Kilometer und so ungefähr Höhe, ähm, hat aber auf dem Weg dahin den Satelliten noch nicht ausgesetzt, sondern, äh, Satellit samt Fregatstufe ist, äh, bis zum bahnhöchsten Punkt geflogen und hat da nochmal die Triebwerke gezündet und hat dann den Satelliten ausgesetzt. Der ist daraufhin in eine Bahn gekommen, die nicht mehr knapp über der, äh, knapp oberhalb der Erdatmosphäre war, sondern, äh, 2200 Kilometer drüber. Ähm, was den großen Vorteil hat, äh, dass der Satellit selbst nicht mehr so viel Arbeit, äh, vor sich hat, um, äh, letztens den geostationären Orbit zu erreichen. Kleiner Nachteil davon, äh, die, die Fregatstufe kommt nicht mehr zurück, ähm, ist jetzt halt ein Stück Weltraumschrott, äh, hat, äh, kurz danach wohl nochmal ein, äh, ein drittes, äh, Manöver geflogen, aber, äh, nach dem, was ich gehört habe, hat das nicht ausgereicht, um, äh, wieder in die Nähe der Erdatmosphäre zurückzukommen, also höchstwahrscheinlich, äh, einfach bloß in irgendein Parkorbit, äh, geflogen, äh, und Parkorbit ist halt so der Euphemismus für, äh, ist jetzt halt Schrott. Beziehungsweise, nee, heißt gar nicht Parkorbit, äh, heißt irgendwie anders. Wie ist das denn mit hier, ähm, Weltraummüllvermeidungsstrategien? Ja, ja, hab ich mich halt auch gefragt, deswegen war ich mir eigentlich sicher, dass die wieder zurückfliegen würde, aber, ähm. Das war seltsam, dass man das so in Kauf nimmt einfach. Ja, also, ähm, der erdfernste Punkt ist halt, äh, sehr weit weg, aber nicht, äh, nicht auf Höhe vom, äh, vom GTO letzten Endes. Äh, also soll heißen, die, die Umlaufbahn, die die haben, ist, äh, deutlich oberhalb der niedrigen Erdumlaufbahnen, die man so für, äh, typische Erdbeobachtungssatelliten hat. Und gleichzeitig unterhalb der geostationären, äh, Umlaufbahn soll heißen, es ist so mittendrin im Nirgendwo. Und, äh, man sagt sich dann halt so, naja, es ist zwar Schrott und es fliegt da halt rum, aber da will ja eh keiner hin. Ja. Ich schätze mal, so, so oder so ähnlich ist die Rechtfertigung. Hm, ist aber schwierig. Da würde ich aber gern nochmal mit jemandem von, keine Ahnung, verplanten. Bin ich damit nicht, ne? Ja, verplanten sowas. Äh, mit dem Typen, mit dem Typen, von dem ich eine, mit dem Typen, von dem ich eine, eine, äh, na, einen Missionsplaner, von dem hab ich sogar noch eine Visitenkarte hier, mit dem muss ich mal reden. Ähm, machen wir dann mal. Mhm, aber das wird mir schon interessant, wie man das einfach so rechtfertigen kann. Den muss ich dann mal kontaktieren. Gibt's ja auch so internationale Verträge und sowas. Ja, aber wie gesagt, ich, ich schätze mal, das ist einfach bloß, weil es ein völlig unbenutzter Orbiter oben ist. Äh, hat man gesagt, das ist akzeptabel. Oder ist es doch runtergekommen? Ich muss nochmal, muss ich nochmal. Ja, das sind ja 25 Jahre, also vielleicht in 25 Jahren wird das nochmal runterkommen. Nee, nee, dazu, dazu musst du ja den, äh, Orbit so weit senken, dass du, äh, praktisch auf 600 Kilometern Höhe ungefähr kommst. Ach so, also schon so weit weg. Und so weit haben sie es, glaube ich, nicht gesenkt. Okay, interessant. Ich meine, äh, das war bei der Sentinel-Mission noch eine andere Nummer, äh, da sind sie ja bloß auf, ich weiß nicht, was waren das, 800 Kilometer hochgeflogen, ne? Und dann sind's halt bloß noch 200 Kilometer bis runter, das geht dann schon mal. Ja, ja, da haben wir, glaube ich, schon mal nachgefragt oder so, auf jeden Fall ist das da geregelt. Da hatte ich nachgefragt, ja, ja, da hatte ich nachgefragt, also der kommt wieder zurück, da kommt die Oberstufe wieder zurück zumindest und der Satellit sicherlich auch, ähm, aber ich glaube, bei der Fregat-Mission jetzt hier, äh, da wohl nicht, äh, wurde mir zumindest so gesagt, äh, ich werde nochmal irgendwie nachrecherchieren, vielleicht für den Fall der Fälle, dass ich, dass das doch eine falsche Aussage war. Okay, bleib mal dran. Ja, jup. Ähm, ja, sind wir schon, äh, beim, bei der Raketenvorhersage. Wir sind bei der Raketenvorhersage, ja. Ja, sehr schön. Also, ähm, hast du's vor dir? Ich habe, äh, ich hab's erst mal vor mir, ähm, ein paar Ankündigungen, äh, angekündigt war ja, dass Rocket Labs fliegen soll. Genau. Und ihr habt's ja schon ganz am Anfang kurz angedeutet gehört, das Wetter in Neuseeland war etwas zu schlecht. Äh, es gab ein kurzes dreisekündiges Video, in dem, äh, der CEO von Rocket Labs, äh, dort stand an der, in der Nähe der Startrampe und, äh, sich ungefähr 15 Grad gegen den Wind neigte und dabei nicht umfiel. Ja, ich glaub, im Norden war das eine steife Brise. Ja, das war eine steife Brise. Ja, definitiv. Und, äh, ich sag mal, es war glaubwürdig, dass diese Rakete nicht starten konnte an dem Tag. Also, ich glaub, da können auch selbst die ganz großen Raketen nicht starten. Nee, nicht wirklich. Ähm, äh, der nächste Start ist, äh, der nächste Startversuch ist angekündigt für heute 21.30 Uhr Ostküstenzeit. Nee, 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 nee. Oder 20.30 Uhr, was war's denn? GMT, das ist, äh. Oh, dann, dann ist das jetzt eine Viertelstunde oder so. Aber ist eh nicht live. Nee, 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 wir sind zwei, wir sind zwei Stunden weg von GMT. Ja, äh, ist auch egal, aber ich glaub, das war, ich glaub, das war wirklich Ostküste. Also, hier steht bei, bei Space Flight Now steht 21 Uhr GMT, was 23 Uhr, ähm, 23 Uhr unserer Zeit wäre und 5 Uhr Nachmittags, äh, Eastern Daylight Time. Also, 5 Uhr Nachmittags an der Ostküste von Usaland. Jo, alles egal, weil die zeigen's eh nicht live. Also, Aufzeichnungen müssen wir, also Resultate müssen wir dann hinterher abwarten. Ja. Jo. Ähm, dann haben wir am 25. Mai eine... Nein, warte, ein, was fehlt noch. Was denn? Ein, was fehlt noch, äh, etwas, das nicht fest angekündigt ist, ist, äh, die GSLV Mark III. Das soll irgendwann der ersten Juni-Woche... Ja, aber das ist jetzt vor, noch vor so User Use. Ach so, ah, sorry. Also, umgekehrt, ähm, ich wollte das chronologisch machen, damit die Leute da nicht durcheinander kommen. Okay. Jetzt sind sie schon eh durcheinander, aber egal. Also, 25. Mai, ähm, Sayus, äh, mit, ähm, dem EKA EKS-2. Äh, hier, ähm, Textet EKS-1, egal, ist ein, ähm, militärischer Warnungssatellit für das russische Militär. Ähm, ähm, ich denke mal, äh, Warnen vor Atombomben und solchen Sachen. Falls, falls der, falls der eine Verrückte dort, äh, den, den großen glühenden Globus drückt und eine Rakete startet. Weiß man nicht. Ähm. Weiß man nicht. Ja, ich vermute mal. Early Warning Satellite for the Russian Military. Hm, ja, kann auch, äh, einfach bloß so allgemein, äh, allgemeine Warnung vor allem, oder wie? Vor, naja, äh, kannst ja auch warnen vor dem Start von, äh, irgendwelchen, äh, wie heißen die Dinger? Ach, jetzt komm ich nicht auf den Begriff. Ähm, ähm, wie heißen diese Raketen? Ähm, naja, ich komm nicht drauf, egal. Marschflugkörper, genau. Achso. Irgendwelche, irgendwelche Starts von Marschflugkörpern oder sowas, kann ja auch sein. Okay, also auf jeden Fall, ähm, äh, das ist bei für uns, 6, 7, 8.33 Uhr am Morgen, am 25. Mai, aus dem Plesetsk, Plesetsk-Kosmodrom in Russland. Also, ich denke mal, weil es eine russische Militärmission ist, starten sie von russischem Staatsgebiet aus und nicht aus Kasachstan. Nicht nur, nee, nicht, nicht einfach nur deswegen, äh, das Ding kommt einfach in einen Orbit, der sehr weit nördlich ist und, äh, dann startest du das Ding entsprechend auch aus weit im Norden. Okay. Gut. Einfach günstiger Startplatz. Ja. Okay. Dann, ähm, 31. Mai, beziehungsweise für uns schon der 1. Juni, nämlich, äh, 2.20 Uhr nachts am 1. Juni startet mal wieder eine japanische Rakete, das hatten wir jetzt auch lange nicht mehr, ähm, nämlich die H2A mit dem Mitsubiki-2-Satelliten, was ein... Navigationssatellit ist. Genau, quasi Zenith Satellite System, ähm, genau, also so ein bisschen... So ähnlich wie das, äh, so ähnlich wie das, äh, das indische regionale Satellit-Navigationssystem, äh, will Japan halt, äh, genau so ein Ding für Japan haben. Okay. Äh, genau, 2.20 Uhr nachts aus dem Tanegashima Space Center in Japan. Ich glaube, das ist das, was an der Küste liegt, oder? Genau. Das ist immer sehr schön. Ähm, und dann... So, dann 1. Juni, äh, ach du Schande. Ja, ist nicht am 1. Juni los. Felken 9. Okay, also 1. Juni haben wir schon drüber, haben wir schon kurz drüber gesprochen, äh, Felken 9 Rakete startet, CRS 11, um, äh, kurz vor Mitternacht. 23.55 Uhr. Und, ähm, dann schon... Ah, 2. Juni, okay. Genau, dann für uns schon 2. Juni, äh, um, äh, inzwischen 1.45 Uhr und, ähm, 2.30 Uhr eine Ariane 5 mit dem Viasat 2 und dem Eutelsat 172b. Das ist aber schon eine große Nummer bei denen. Ähm... Äh, das ist, äh, glaube ich, einfach bloß, ähm, die Position im Orbit. Okay. 172 Grad. Ah, okay, gut. Äh, genau, also kann man gerade wach bleiben für die Ariane 5. Dann darfst du mit deiner... Nee, dann kommt erstmal... Dann kommt irgendeine Proton-Rakete, die irgendwann starten soll. Genau, die Echo Star 21, ähm, aus... Früher mal bekannt als Terstar 2. Äh, Terstar 1, äh, ist bei mir immer noch ein... ist einer meiner Lieblingssatelliten, äh, beziehungsweise einer der wenigen Satelliten, die mir ein Begriff sind. Weil der hat eine riesengroße Antenne, ähm, war damals in... war damals einer der schwersten Satelliten, die jemals gestartet worden sind, irgendwie sowas um die sieben Tonnen, glaube ich, und hat eine, ich glaube, 18 Meter große Antenne. Äh, 18 Meter, das ist so ein fünfstöckiges Haus, Minimum, fünf bis sechs Stöcke, äh, und jetzt stelle man sich eine kreisrunde Antenne in der Größe vor und die haben die halt so in der, äh, Rakete entsprechend zusammengefaltet gehabt. Mhm. Ich finde das Ding Wahnsinn. Okay, ja, man sieht das ja auch, ähm, ich weiß nicht, wird, äh, Terstar 2 auch so aussehen? Ich glaub nicht. Äh, also große Antennen haben die sowieso alle, aber ich glaub, das Ding sieht anders aus und wird auch nicht mehr ganz so schwer sein. Genau, also hier steht noch, der sollte schon 2009, sollte Terstar 2 schon gestartet werden. Ähm, ja, Terstar 1 ist ja auch pleite gegangen, die Betreiberfirma. Ja, deswegen heißt das Ding ja jetzt auch Echo Star 21. Okay. Ja, so kann's kommen. Ähm. Wäre es eine deutsche Firma, hieß es, hieß es natürlich Echo Star 24. Äh, warum? Na, Autoteile 24, Slava Blah 24. Echo Star, okay, gut, äh, gibt's auch die Echo Star Familie. Ähm. Ähm, ja, gibt's auch, klar. Okay, jetzt darfst du, äh, 5. Juni. Ähm, 5., für den 5. Juni offensichtlich ist angekündigt, der, äh, erste orbitale Start einer GSLV Mark III. Ähm, darüber werden wir uns bei der nächsten, in der nächsten Ausgabe etwas ausführlicher unterhalten und mal, ich werd mal ein bisschen drüber, äh, schwadronieren, äh, wie Indien an seine Raketen gekommen ist. Äh, insofern, oh Gott, dazu kommt ja auch noch die. Ich, ich hoffe, ich krieg das hin. So stimm dich. So von der, von der Menge. Ich vertraue dir da. Dessen. Von der Menge dessen, was ich da zu schwadronieren habe. Okay. Und dann haben wir noch, ähm, irgendwann um den Dreh auch noch eine lange Marsch 2D. Mit einem Hard X-Ray Modulation Telescope. Ähm, genau. All Sky Survey. Genau. Blablabla. High X-Rays. Ja, also die, die haben ja, die haben ja vor kurzem erst ein, äh, ein, ein Röntgen-Teleskop gestartet, ein anderes Röntgen-Teleskop, äh, das dafür gedacht war, äh, zu schauen. Und ich hab da von noch nichts wieder was gehört, äh, für dieses galaktische Navigationssystem. Genau, das hatten wir auch in der Sendung. Man wird sich, ja, man wird sich erinnern, ne? Ähm. Müssen wir mal ein Follow-up machen. Wo man halt, äh, wo man halt, ähm, die Röntgen-Blitze von Quasaren, äh, mit beobachten möchte. Äh, da hat's, äh, scheinbar sehr große Fortschritte in der, äh, Technologie der Röntgen-Teleskope gegeben. Äh, früher so Chandra und so, äh, waren alles sehr, sehr schwere Dinger. Und, äh, äh, ja, heutzutage kriegt man das mit einem Bruchteil, mit einem Bruchteil des Gewichtes, äh, hin, die gleiche Leistung zu kriegen. Jo, schön, schön, schön. Ähm, und ich glaub, äh, jetzt haben wir auch soweit alles gesagt, bis wir wieder senden. Genau. Genau. Also, nächste Folge, könnt ihr euch schon mal drauf freuen, werden wir über zum einen Photovoltaik in der Raumfahrt reden. Soll ich das? Gott, ja, und die Elektron-Rakete und die GSLV und ich, ich bezweifle, dass ich das alles hinkriege. Ich hoffe, das wird. Ja, sonst. Photovoltaik ist festgesetzt. Genau, Photovoltaik ist festgesetzt. Wir haben auch schon hier ein paar schöne Stichpunkte, also freut euch drauf. Äh, wie immer, wenn euch das hier gefallen hat, wenn, wenn ihr ein bisschen Geld, wenn, wenn so der, der ein oder andere müde Euro bei euch locker sitzt, ähm, dann freuen wir uns, wenn ihr bei uns auf Patreon was reinwirft. Mittlerweile ist so viel zusammengekommen, dass ich das jetzt quasi monatlich abbuchen kann. Und es geht dann quasi automatisch auf mein PayPal-Konto und wird somit automatisch, äh, davon Photovoltaik bezahlt. Also nochmal herzlichen Dank an dieser Stelle. Wir können jetzt quasi uns, äh, voll zu 100 Prozent, äh, Photovoltaik davon bezahlen und haben da, was, was mittlerweile der größte Kostenfaktor ist. Also ich mache so viele Podcasts, dass ich da schon ein großes Paket brauche. Und das können wir jetzt über Patreon, äh, gut bezahlen. Also dafür nochmal herzlichen Dank. Und wer da noch Geld dazu tun will, äh, äh, wir freuen uns immer über jeden Euro, der dazu kommt. Okay. Ja. Äh, es gibt noch irgendeine Notfall-EVA, äh, auf der ISS, weil dann die Nähbox ausgefallen ist. Aber du, ich muss aufs Klo. Ja, genau. Also, äh, Notfall-EVA von mir. Genau, der fragt euch das nochmal, eine Notfall-EVA. Ich, ich erklär's noch, du kannst schon mal da aufs Klo gehen. Okay. Ähm, nochmal ganz kurz, ähm, genau, auf der ISS ist eine Relaybox ausgefallen am Wochenende. Ähm, was, äh, nicht lebensgefährlich war, aber so, dass man es doch zeitnah ersetzen muss. Und, äh, morgen, also am Dienstag, den 23. Mai, gehen Jack Fischer und Peggy Whitson auf eine EVA und ersetzen das. Wollte ich auch nochmal drauf hinweisen. Solche spontanen EVAs sind dann doch immer so ein bisschen, äh, doch was Besonderes. Und da der Frank jetzt weg ist, beende ich die Sendung alleine. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr auch wieder beim nächsten Mal dabei seid. Tschüss. Tschüss.